wir alle noch nicht aber bei verteidiger für mir noch vier bei werfen wir noch sechsten kann man ja noch mal die reinstecken oder da steckt dann auch mal holen also nur die stecke ich hier noch mal rein will sich sagen ja wenn wir ein paar tarnungen holen oder ein paar tarnungen steck ich hier echt nur nie rein äh ist doch normal dicker würde ich auch machen ja normal aber eher tarnungen lohnt sich ja auch aber ich habe auch mal mit dem mit dem ansehen finde ich besser ich hole mir hier wie heißt es Prozent der Prozent an sie reißen ja weiß ich nicht Kopfbedeckung und so dass man Prozent Prozent bereich derige aber doch sich heftig aus der die wirkliche doch sieht richtig nur bei der Siedermalte es gibt ein Ding zu packen hat einmal nicht die Brille und blaue Maske ja man braucht die Dinge nicht richtig das ist das ist ein weiterer der Verwürdigung für mich auf jeden Fall zufrieden so würde bereit Jami fragt mich ob ich mit der Akte ein Rückstoß von Bax ein Primärwaffe klarkommen also mit der Verlager Rückschuss ja das ist ja nicht mehr rechtlich ich will nur die andere die Sniper ja der ist geil hey Digga oh ja mein Lieblings-Map die Gile ein Laufendes Match ist ja super wahrscheinlich steht jetzt ein 0302 der ist übrigens Nomad ne Flo was? guck dir mal guck dir Argen an was für'n Ding? Nomad was das? Operator achso ein geiler ist der frech? ja der ist frech Digga seine Waffen soll ich mir den holen? ne ja viel Spaß Digga 25k hast du wieder auf die Fifi reingesteckt Meno was? äh ne nein Piano echt? Superfuse cool jeder aus unserem Team lädt aus außer ich Meno ausgeladen Piano was lädst du nur so lange? ja so ich vergatne meine Leitungen wie der Abzug die besten Ping und lädt älter ich hab dir schlechtes Ping und laden am Stelz hä ne nicht mal vor die Meno Hahahaha alles klar hä war ich wirklich? ja eine Sekunde oder so nein jaja komm mal komm mal hab ich mein Essen vergessen hä 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 Kiano ich dachte du spielst Fuse oh ne kürz und Kiano leh ist nicht wie banal leh ach Fuse 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 hä Meno man taniert ja gestern hat Kiano nur Fuse gespielt und ich meine die Gegner bei die Gingern bei Rheinland-Mitglied die Gingern bei Rheinland-Mitglied um eine Bombe auf ja mein 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 Game war grad auf dem zweiten Bildschirm die Gingern auf dem Fernseher mein ja auch mein Fernseher ja auch mein Fernseher auf WV oder 4 4 4 4 4 4 4 Herz auf Fernseher ja 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 Ruhm äh gibt es überhaupt 4 4 4 4 Gürtchen nein meine Ruhm sehr richtig sick der so ich hab noch keine Runde gespielt der Sonnabend ich auch ich bin der Rund das war ja was die Grundsatz wir haben den Karten die und die und vor allem die 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 Mankaw Er kommt raus, Digga! Er kommt raus! Es ist ein Erz, Digga! Was ist denn bei Ihnen? Was ist denn bei Ihnen? Ich wollte schon schießen, aber er hat einen geholt! Kiano hat ihn geholt! Kiano? Kiano? Ab ihn! So ein Lappen, Alter! Digga, doch freu dich. Ja, das kann man nicht so machen, Digga, das ist halt einfach anders. Hätt' ich geschaut, wenn ich vorhin den Hedgehörge geh'n. Ah, dich, mach' was zu holen. Ja, komm, rein hier, Junge, rein hier! Ja, oh. Oh, das kräftest einer. Cool. Wohnt' er jetzt durchgeschossen? Ein verbleibender Operator von Eich. Wollt' ihr mich flaxen? Digga, ich hol mir jetzt erstmal'n Wechsel. Du Arschloch. Ja, Menor ist für zu machen. Sind alle über mir. Nee, die hörst du nicht. Digga, das ist richtig. Hä? Sehr richtig. Oh, Ehre. Komm, das holst du, Digga. Ja. Genau. Ich hab' die ganze Zeit ge- Hat er mich geneigt? Nein, nein, ich hab' das nicht. Nein, ich dachte, er hat mich geneigt, oder? Nein, hat er nicht. Er wollte. Er ist ja jetzt wieder. Guia, Kiano macht Ehre mein. Warum? Ja, stimmt! Stimmt! Oh, Keanu! Ich fang mit den Zecken grad in. Ich fang grad woanders. Schönes, kaltes Bix-Eis jetzt. Hm, Keanu. Hat er immer in der Maul. Warte, ich träg jetzt. Glück, ne Runde. Oh! Schädling draußen! Keanu. Juhu! Alter, Keanu, Junge. Alter, ist das genüsslich, Keanu. Ja, Mann. Selbst zu sehen, Alter. Nur noch 10 Sekunden. Mal sehen. Mal sehen. Noch 5 Sekunden. Hat noch einer in der Wall? Ich hab noch 2. Jo. Jo. Was war's für dich? Du hast uns wieder... Er le... Er lebt sich direkt. Ja, Digga. Super sicher. Du bist mehr einsatzbereit. Abschaff! Natürlich kommt da genau einer rein. Dockerblerd, alter Scheiß, Jackal. Lade nach! Scheiße. Dockerblerd. Der heißt so... ... Er hat sich nicht mehr ausgewählt. Geh mal den Ausgang da und wenn du das nach vorne gehst, dann rechts. Da ist das so komplett nicht Jackal. Das ist auch gut, dass sie jetzt nicht zugemacht haben. Damit wir mal sehen wie Castianos. Ja, nur Blackbeard. Easy. Ja, genau da war der Ding. Ich habe einen. Ja, der rechter war Jackal. Der, genau da war da. Da war da... Was haben wir noch einer? Ja, nicht Jackal, aber switch! Ja, nicht Jackal, aber switch! Ja, wir sind. Schock ohne gesichert! Gleich safe, Digga. Ja, der hat der Mossi! Ja, äh! Was war er denn da, Digga? Äh, die sind hier... Hier bei dir. Nur hin, äh, hier vorne bei um Ping, sind zwei Leute. ich habe damit gerade zwei leute geholt ich weiß aber hier ist auch einer der 1 reizt er hat es bekommen das noch eine der freunde aber ein guter verbleibender gegner okay er wird natürlich ich guck mal mit strom die keine kann auch Kannst du einfach ne Drohne vom Anderen nehmen oder was? Ja Hinter dir, hinter der Drohne Ja, hinter der Drohne Ja, Carlo schreibt der Rechts, rechts, rechts Ja, ich hab... ich hab vier, oder? Ich hab vier geholt Ich steh 0, 2, Minus steh 6, 1 Ich steh 6, 1 Janus steh 1, 1 Ich hab meinen Punkt als Keanu Janus Digga, in der erste Runde, Bruder Darum erstmal nochmal ein Stückchen wegseisen Ich hab' noch Blatt wird und dann wird es bei einem mit Blatt mitnehmen wenn ich dort reihe und schüttelst werden wir die Bahnen erknallt Herr Lappmann mehr ein Mino-Ding k er nah im Aufflug ich bin immer noch auf abwesend sehr gut ist dass wir auch nicht immer abwesend nein nein auf Disco ist immer abwesend gestellt ja aber ich habe ich eigentlich sagen warum die Leute weiß ich weiß über Vergessenheit aus die Welt sich überhaupt nicht abwesend keine Ahnung Prozent Prozent im Grunde genommen um die ganze Zeit da hat er nicht nur die Gäste die Brüder die Hälfte er hat 890 geworden die Hälfte derzeit aus der Klinik Schilder was auch der erste in der Ausbildung in der Verhandlung Schleil auf der Landwehr nicht in der Zeit auf der Fall ab ich auch nicht und das wäre nie passiert ist einer der Unterhaltung des Erdmanns der Verlagerung ich habe den Dock gerade so einen Header gegeben komm, wollte ich mir ey, der Wickel ist hier! der ist hier irgendwo er wusste der Wickel ah, der Weg ist hier! ja, der ist ja nicht cool, ich habe ihn nicht gesehen super, ja, Kavira liegt hier auf dem Boden, Digga steh ich nicht mal hab den Dock, hab den Dock, hab den Dock ich spiel die MP auf Kavira, Digga ich spiel die MP auf Kavira er macht immer auf zwei Leute, Digga auf, zur anderen Seite zwei gegen drei äh, drei gegen zwei soll ich mir Frost holen? ich geh in die Pause äh, Flo, guck mal bitte, wir kämen hier durch also ich guck dann nicht durch äh, es gibt anscheinend keine Pause nein also ich komm mal runter hinter deiner Drohne, glaub ich gerne äh, wo war er denn? wo war der? hä? wenn du reingehst, ganz rechts in deinem Tisch du kannst wall banken, Minu mach mal auf, sag auf die Wand schieß die einfach auf, Minu mach die Bahn ab, Digga hä? man, deine komische Hacke da, die du machen kannst ja, mach das auf die Wand auf rechts, weiter rechts hier oder was? nein, weiter rechts rechts rechts, ja da Digga, renn einfach rein, dann renn einfach rein ja ne, ja ne hey, vierte Sekunden oh, Digga, warum hab ich Blackbass gespielt? 30 Sekunden ey, wo ist denn? Entschärfer wurde zurückgeholt Digga, wo war er denn? ja, was macht denn dieser Rudi da? Rudi, komm on, push him ja, aber was steckt es bleiben noch 15 Sekunden ja, du musst rein, Bruder mach der da einfach bleib doch auf Rudi Rudi er heißt einfach Rudi Rudi, Digga, gut job Rudi, gut job hat er gut gemacht Rudi gut gut das war schon zu Ende ja gut wir sind ja in eine laufende Runde reingedrungen ach stimmt ich schreibe ich immer ich weiß außer wenn wir gewonnen haben ja, trotz der sich die KC als würde n das ist hier BlackEis ich hab 8.000er ich hab 6.000 und 1.200 von den Dingern ich will gewinnt mich mir noch holen ich hab dir das machen ist Marvin grad mal im Livestream Marvin? warte kurz, ich muss warte kurz wenn ja, dann soll er mal wenn er einen angreifen empfiehlt ich hab 2 Zuschauer hol dir mal ein Crit Lock ahja, Kianno schreck Fuse Main, Kianno schreckt, ahja Fuse Main, Beste ich verleg, wen ich mir hole ich will mal Maro holen Marvin? wenn du noch ein bisschen nötig ist schreib mal rein, in welchen Angreifer du empfiehlt kannst du klären ich weiß nicht welchen Angreifer ich mir jetzt nicht so ich weiß auch nicht ob ich mir jetzt Laien, Finkern so Kiwi Laien Digger natürlich Laien Laien? Ah, Laien Ah, ich glaub ich hab mir mal eine Farnung obwohl du Du Kiwis auch geil Du Kiwis geil Du Kiwi spiel ich zu wenig Du Kiwi Sieh ich hab mir auf jeden Fall als nächstes Frost das steht klappen nicht kurzes 10.000 ja die ist nicht so teuer deswegen oder ich hab mir einfach ne Zahnung, ne Universalzahnung, ne Weiß glaub ich in Weiß Ahja Hab ich Ja, Mino auch was ist das Geld groß Ja Hast du das Problem damit? Nein Wir haben ein Auto-Parte gebaut und Flo Shut up, Brent Ach, ich dachte das war ja Kian Ich dachte das war ja Kian Ich dachte du spielst du irgendwas auf, aber Shut up Fuck you, shut up, fuck you Oh, heut, Digga Shit in your mouth Hey Hey Bro Did your mother brought you from the cows? Hey I don't think so, man Der gleich muss man Geh mal Where are you from, dude? Your mama's pussy? Oder Ja, your mama's Where are you from, bro? Where are you from? China, China Geh nicht doch Termite Ich kann mit ihm... Don't you dare to... Don't you dare to fucking fuck with my friend, alright? Das ist ein freudiger, der eine Du bist ein freudiger, der eine Ich hab' schon nichts genügtet Ich hab' schon nichts genügtet I have my body I have my body Guck mal wie der an die Nacht geht Ja der ist drei Jahre alt oder so, keine Ahnung Ich hab' die gemütet I have my body Shut up He will 42 ist der eine und der mehr würd ist ZK, wenn du 42 Und level 72 Das ist ein ganzes Stand Jallerherher her, Jallerherher her, Schalter ausstatten Doppelst Nein, ich hab's fan Das浮 Taken ja so total Doppelte Doppelte gegründet ich war noch traurig ich weiß nicht wie sie hat meine Drohne gekämpft aber ich war unter dem Auto und sie war kaputt gegangen ich glaube ich bin oben ich spiele das Team zurück 5 Sekunden bis Einsatz das Team lädt wenn ich nicht das Garage rein, ich hab Termite ja, aber Bump, wie gut? ooooh, Digga mach doch mal dein Maul was ist denn da? ich meine die Typen da ja, kenne die nicht so was wie Teamspeak oder so? ich hab die gemutet ja, aber warum red ich denn über Spiel-Shat, Digga? ich fühl dich doch aus geh weg hier aus, du kriegst die Damage, Alter ja, ich hab du kriegst die Damage, Alter na, Digga, ich brauche kurz ja, mach der ist, der ist da hinten der ist direkt hinter der Wand warte, der ist hier der ist hier der ist da hinten der ist da hinten ah, ich spazier jetzt, hör mal, Digga der ist weg, hier ja, der ist weg ja, der ist weg der ist noch da okay ob die jetzt beide draußen sind ah, der ist weg, die Kriegerung ich geh jetzt kurz hin scheiß, Digga Digga, ich mutier jetzt leider vor ja, Digga, ich geh mal kurz, ich geh kurz erst mal, Alter, ich hab ihn noch geholt den einen dann kann Bandit von ich hab den einen noch geholt ich glaub, das war Mosi, ich konnte, ne, Goi was machen die denn da? ach, Digga ja, keine Ahnung, die sind da oben auf Dach, Digga wer macht der da? nur noch einer von euch super nice teammate, nice teammate man, was ich hier zu tun? man, was ich hier zu tun? ey du hast ja richtig nice teammate, du bist richtig gut in diesem Spiel ja, ich bin 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 heute ich bin ich bin hol, ich bin ich bin ja, ich bin ja, ich bin du sind wie die 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 ich hatte die doch mal den ich hatte die doch die nummer vom musterfahrer geschickt hast du den mal angeschrieben also ich kann morgen eh nicht raus aber auf ihrer nuss aber holt er ist da aber oder was ja wahrscheinlich wenn er kommt hat er gesagt er kommt keine ahnung um nicht anrufen was ist weg wie kämpft ja du musst pläten da ist der kaputt 6 3 1 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 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 8 ich bin jetzt also ich habe gerade mit dem basiert ist doch gerne ich bin jetzt weil wir es ja nur wo am märz was moment lüge womit aber er kann bände der das was er kommt Wo kommt die Tür hier? Ah nein Meine Antille ist an Nein, 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 nein Ich stehe jetzt auf die Trockenen Es bleiben 5 Sekunden Bombe vom Türkei Was, wer ist dich? Wir werden scharf gemacht Tür im Auge behalten Hinterhalt gelegt Sicherheitsabstand halten Ich lade nach Mino? Ja Was ist los? Ey, geh mir nicht auf die Sache Alter Ja, hallo? Hm Dreck neben dir Ich weiß Diese Scheiß Drohne irgendwo Ich werde die ganze Zeit entdeckt Ja, dann Ja Na 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 Ja Na 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 Ja Ich hab nicht gehört Komm Der Bug ist los Aber ich glaub der ist tot Immer durch Kiano Was denn? Nein der ist hier kaputt gemacht Auf die Doquiby Tree fire Okay sie ist tot Ja die Doquiby sind tot Ja und Sie ist aufgeflogen Wurde 6 Ich hab kein Kampf durch Ich hab drei Kampf wieder Nur noch ein Gegner übrig Hab kein Waffe ist voll stark Komm Digga das schaffen wir Wir müssen einfach nur chillen Wir sind auf der Leion Ich glaub der ist hier Der ist bei mir Nein das ist der Legion oben Da ist ne Claymo Das ist Da ist ne Claymo Ich werd ja grad Wird rausgehen Ja das dann die Claymo reinigen Na einmal ne Kann ich das gut machen? Ja du kannst nach vorne Du kannst weiter bis kurz deinen roten Strich Cool Genau Der ist Doch der ist das Doch der ist das 5 Sekunden 5 Sekunden Ja Mohamed Digga Mohamed Digga Ey der hat 5 kills Ich was? Das ist 5 was? Ah ne das ist dieser äh Digga richtig heftig nach geil nach Essen bei mir Ja ich hab mich nicht mehr So muss das sein Alter Normaler Nach der Runde gehe ich dann kurz Äh äh Ja so zwei auch Ich esse auch kurz was Ganz entspannt Ja Junge Warum nimmt die mir immer Back weg? Weil du auf Backspielst du was? Ey du musst die IG mit dem LMD spielen Nein Doch das ist geil Junge Ich will damit immer alle Mäschchen Ja Fies LMG Däger Normal Hätes LMG Däger Fieses voll gut Ja Schön Ah alle laden wieder aus Ich entflogen Kipfel Es sagt Kiano Gert Sitzter Wundern obwohl in den Händen hat Neu-Naping Alter Neu-Naping 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 Ja trotz der Leitste Kiano Wieder Neu-Naping Er hat neunaping Er hat neunaping Er gibt halt so gar keinen Sinn aber egal Aber wir haben kein Thermal der das ist ja komplett Neu-Naping Oh wir haben Chitsch Oh wir haben Chitsch Ui hat Kiano Nein Kiano ist durch Nein Nein Ja Du Locking Einsatz in 5 Sekunden Bombe befunden, gelang zu ihrer Position und entschärft sie Position ist leer Super Ja, du Arschlose. 45 HP, Alter. Ja, du bleibst mir in den Schuss, Alter. Guck mal, wie heftig ich sie aussehe. Deiner Termite von euch oder sowas. Der was aufspüchen kann. Genau. Sehr heftig. Dann ist dein Garage jetzt nicht offen. Schaumlich. Ne, du hast ja Hibana, oder? Siehst du aus, als wäre ich Hibana? Ja. Ah, ne, doch nicht. Hier, da. Der Mohammed, Digga. Schau mal auf hier. Twitch, Twitch, please. Ich droh'n einfach mal rein. Na, dann geh' ich eben da rein. Ja, das war's ja komplett, Digga. Keanu holt einen mit Fuse. Kann er meine Hibana auch machen? Kann er die Hibana? Ja, nein, die... Nein, die Twitch muss erst dieses kaputt machen da. Ach, er ist kaputt. Ah, ne, jetzt kann sie aufmachen. Hab den gespult. Ich wurde wohl neu fremd. was könnte ich verletze. Ja, ich hab den Namen. Das geht weiter. Ich bin da. Ah, jetzt kommt der, hat der da am Ombi. Ziel lokalisiert, Keller! Warte mal zum Blenden. Geh da, wo links ist, ja, war so schnell. Und dort in der Claymower. Eingeleitet, entschärfer Beschütze. Geh raus, geh raus, geh. Wer macht denn da auf, wer macht denn da auf, Alter? Ich hab da nicht noch. Ne, in die Ecke. Die Bahn oder die Bahn? Ich war da, genau da hinten, da, wo wir jetzt hin enden. Komm, wir in den Holz nehmen. Ja, ich stehe mit null Kills, Arme nach. Das hat ihn einfach umlaufen. Die Waffer ist halt so stark von Wacken. Ja, Digga, die Macht zuhütten. Ja, dies hat hier wirklich krass. Der war schon Lauf, wo er dann nur noch auf die Eier geschossen hat. Weg war. Genau. Lobby ist davon. Ja, ich spät wieder Kapkanien. Ey, Meno, bitte, ähm, Maestro nehmen? Das ist gerade da vorne. Ja, ich spie, ich spie, ich spie, ich spie, ich spiele, ich spiele. Ja, doch, nein, 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 nein. Hey, wer das so Kapkanierer? Mö. Ich finde, ganz Ewigkeit hat ja. Ja, habe ich, aber, ah, ich will, er spielt. Also, echt? Aber du hast ihn ja nie gespielt, wenn du, wenn du zum Beispiel spielst? Doch, doch, zum Anfang war ich eigentlich, ich glaube, war ich erst gut. Ja, bei mir immer Kapkanierer gespielt. Ja mit Clash, Digga! Riecht OP! Klavera und Clash, Bruder, ist wie Montagne und Buck hier. Ja, er liebt erst, Digga! Super! Nein! Du gehst Spawn Team? Ja, mit Klavera. Mit Shotgun-Armeler. Ja. Spawn Team! Ich werde nicht direkt laden. Oh nein! Nicht in die Explosionsradius kommt! Hab mir eine Drohne rein, hab mir doch noch genau getroffen! Dankeschön! Scheiße! Ja, ne? Was schießt ihr mich an, Digga? Das ist ja auch rausgerutscht. Ich hab ne Drohne. Rausgerutscht? Ja, rausgerutscht, Digga! Du kannst in der Schaaf gemacht. Ja, ich bin ne Einzel-Ouen-Point. Du kannst in der Schwerer an der Bracht. Schwer ich betriebe als Sprengzahn. Wo kann man denn jede scheiß Wall, äh? Ich wär einfach besser machen. Äh, die kommen, Garage. Blitz, 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 blitz! Die Gegner haben eine Bombe locker, die sich öffnet. Ich hab jetzt ehrlich, dass Blitz kommt. Ja, die kommen da. Ja, die kommen da. Ich kann nicht machen, einer. Willst's wahrscheinlich, was? Ja. Ich komm von hinten. Und hör mal. Okay, es sei das Magazin. Ah, Hilfe! Ich hab ihn mit Kontaktgranate gekillt. Ja, hier, auf dem Ping, äh, sind zwei. Ja, aber da unten sind auch welche. Bei Kings! Komm her! Komm rein! Da ist noch einer, da ist noch einer! Na ja, warte, ich stell mich hin. Geh weg da! Schieß dann ins Vorhinein der Rücken. Hab ihn noch! Mach, mach, mach! Mach! Kann ich den den machen? Ja, mach! 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 Draußen! Draußen! Oben! Oben! Ah, sie ist hinten hinten! Ja, sie ist draußen! Ne, sie ist unten! 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 Ich hab 10 AP halt! So! Ja, der Turmer, das müsste auch unten sein! Der müsste gerade sein! Ja! Ah, der ist schon... Der ist... Wo ist der? Wo bist du? Äh, genau da! Genau da! Rechts! Genau da! Warum rein ich ihn auch hinterher? Ich guck mal, okay! Der ist oben! Der ist oben! Der ist hier oben? Äh, er musste... Oder nee, warte mal! Ich will hier oben! Seht, der ist hier oben? Nee, nicht safe! Das ist等 ... Du hast im Kleider gezogen! Ich weiß ... Weil ich hab keine mehr! Da, das ist eine Kultur! Das ist ein Klamotis! Da, der ist eine Straffeldkracht! Das ist eine rück some- und es liegt! Er liegt! Er liegt! Die fliege Dominik! Ach, hphr unlikely und recht! Ich sag dir! Richtig ist nur zu leer! Link, 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 Link! Messer ihn, Messer ihn ganz normal! Entschärfen, ne, entschärfen, entschärfen! Ja, ne, ne, ne! Schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich! Entschärfe Wohle zerstört. Mission des eigenen Drucks erfolgreich. Easy! 10 HP haben wir noch! Eww! Das schreibt, that's so bad! I'm the winner! Hehehe! Ja, ich geh da noch aus Essen, ne? Entweder ich bitte nur noch alleine oder zwei Runden. Äh, ja. Ich glaub, ich glaub, ich weiß nicht, was bei mir gibt, aber es muss ich zumindest mal essen. Dann muss ich wahrscheinlich auch bald essen. Er ist die Gegend, die mal nur zwei Leute böse. Hehehe! Das ist die 100! Geil, diga! Komm, nein! Nein, nein... Daher legt es sich um einen Boost! Ja, macht der Erwurzel! Ja, mach ich auch mal genau! Aber, ja, aber, ich geh noch ganz wie schon was essen. Ich wollte essen, kann ich nicht und essen kann ich nicht! Ah klar! Dann, eh, nochmal! Schau, schnell! Ja, ich bin mir ein, und dann! Ja, das ist jedenfalls... sich nicht zu sehen die Gruppe gekickt er kommen rein noch nach der Karriere zwei Karriere um einen der reischt sich die schickte ja und sei macht sich bei meinem Leben ich hab mich liebte er hat die die Fickern es gibt keiner gestorben er war es war noch nicht nämlich schicken jetzt gehen hier mann ist das oben links dieses et das erste da oben erste oben links darüber steht warte ich guck mal da muss auf die tag ergen k k und dann so ein strich oder die kd multiplayer details und statistik multiplayer kd steht ja dann kd details und statistik ja und da steht oben rechts kd oben links das steht bei mir e strich t multiplayer e strich t und dann darunter steht die zahl was steht unter eben durch und tode habe ich 0 3 6 3 6 3 6 das ist das hier komplett dick verbiere habe ich nun 4 8 9 8 1 was denn durch vierer ich habe ich bin ja wirklich ja komme ich nenne 07 er habe ich da ein sagen ich habe ich habe ich ein früher verteidiger ich habe ich sehr viel 1 8er ich hab noch 1 ich geh kurz pissen die stadtmatch ich 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 Ah ja! Wir müssen eigentlich auch da aufschwören. Wir müssen auf die Realität der Zufthia versuchen, mit einem Schaden zu tun. Wenn Sie eine Mediklinie brauchen, informieren Sie von den Börderagenten. Wir setzen den Börderagenten für den Dreiag. Wenn Sie eine Mediklinie brauchen, informieren Sie den Börderagenten. Willkommen zum Börderagenten. Einsatz in 10 Sekunden. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. 5 Sekunden. Geblanken Sie der Bombe und entschärfen Sie. Halte nach anderen Ausschau. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Entschärfer wurde zurückgeholt. Der 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 Entschärfer wurde zurückgeholt. warte es hat das sieht man ja im live stream was oder mir nicht in der örtlichen setzte überhaupt nicht rausgekackt ist im live stream ja ja kann man alles raus hat kappt kappt die krillium paket neue paket für wickel und über die musik dazu wenn er es jetzt doch mal macht damit ich ihn auch aber es ist doch mal macht dann möchte ich ihn nicht okay das ist was MUTE BITCH hat er das nochmal gemacht? ja der hat doch mal irgendeine scheiße geklappt eure Drohne hat eine Bordung gefolgt oooohh scheiße auf jeden Fall Kavira oh ich hoffe ich klappe mein helftiger Drohensblock NEIN ok die haben mir schon mal geklappt was wird in der Drohne hmmm NEIN gelangst zu der Wombo und entschärft sie haltet nach anderen Ausschau ich versuche noch irgendwie meine Drohne hier zu retten kannst du sie noch steuern? ja ich meine ist ja nicht kaputt kann man sie danach noch steuern? ja natürlich echt? ja du kannst sie sogar aufheben du kannst du versuch immer mal wieder deine Drohne aufzuheben ist besser ist ja noch mit ah ne er hat einen der Typ der naja 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 hab ich jetzt nix zu sagen bruder geht ja es ist ich bin verhört ohhh scheiß natürlich ist er da Ja, ich höre ihn auch nicht, Digga, ja, Mann. Da war ein Gegner. Cool, ja. Zwei drohen. Der war links, links. Ja, links sind, glaube ich, einige. Ja, cool. Wir sind auf der, also Kavira auf jeden Fall auf der Steppe. Nein! Er kommt raus, Alter, was denn? War das Mosi? Nee, das war, äh, Ruh. Ich hatte ihm sogar fast doch einen Turn-On gegeben, Digga. Das ist ja komplett Kavira, Digga. Du hast in die Richtung schon geguckt, Minu. Ach, stimmt. Ja, gut. Ja, ja, Digga. Turn-On war dann auch wieder. Ja, Turn-On, Minu. Ja, was macht der denn da? Zieh dir die Scheiße aus dem Fuß raus. Ich bin auch, ja. Oh, ich... Oh, Scheiße, Digga. Mistweil, wo? Der hat die gerade alle gefickt. Ups. Server-Raum. Ja, ich will immer auf der anderen Seite sein, Alter. Ist viel geiler da. Ich mach jetzt meine heftige Worker-Cam. In Bereich sichern. Die Bomben weiterschützen. Krieg ist ein Kvorm und wie im November. Hey, krass, wacht, wach ich raus. Und nicht, wir sind in der Aufmerksamkeit. Und nicht. Ja, ich bin auch so schnell weg, da. Wir werden die Förderung Hola. Wir werden die Tartung nach knapp. Ja, wenn die Tartung nachvollziehen. Ja, da haben wir schon jetzt zwei Drohnen Digga, ist doch langsam Guck was, der schreibt Nein! Zwölf Jahre alt? Ja, komm, komm, fast hin, komm, fast hin, Digga Wow, guck dir mal der heftige Cam ein, Digga Ich leide nach, Feuerschutz Nicht in zwölf, ne? Einer Punkt Ginesiger schreibt jetzt in zwölf He, Part 16 Ich wechsle das Magazin Brauchen wir, ja, okay Einer Fing Oh, die, ja, guck dir meine Cam an Guck mal, ich Einer ist da Einer kommt jetzt rein Da ist einer ganz witzig von draußen, das ist eigentlich doch He, wie habe ich grad Schaden bekommen? Ach, verfust, Digga Ja, guck dir meine Cam an, Alter, wie es riechelt Heftiger, man sieht ihn nicht Dreckspack, Alter Ja Ist Leicure okay, eh, gut Ja, Leicure ist ein Nächste neuer Ziele Ja, die ist Geil Ich wechs nicht, ich weiß nicht, zwischen Frost und Valkyrie Ich hab beide gehen Also ich will Valkyrie nehmen Der C4, Alter Ja, da ist er Ja, das ist aber Eeeeh, Leicure Eeeeh, Leicure Ja, aber ist schon nützlich Ja, aber ist schon nützlich Vor allem auf der Map Da kenn ich nämlich nicht Happy in die V-Spot Aber da muss ich auf die andere Seite, Digga Ich find diese Seite voll gut Na, die Scheiße No, Mötiger Die hat auch ne AK Aber ich find ich nicht so geil Ich glaub ich spawn gleich da Weil da ist besser Ich spawn immer da, wohl Vielleicht sinds da auch, aber Da unten ist besser, weil sonst müsste noch weiter laufen, weil die eh in der Rechten alle sind Ich wechs nicht Was ich mal annehmen Ja, aber von da aus kannst du einfach besser Ja, du kannst ja noch ändern Man kann ja noch ändern In der Drohphase kann man immer ändern Wir müssen die Bombe aufspüren Ja, die sitter nämlich auch Die sind da, wo wir waren Ja, hinten Also hinten in der Hälfte haben wir nicht Ja, ja Ja, ja, ja Wallah, 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 Wallah Ja Wir sind da, wo wir waren Oh, Daddy Go, Daddy Ah, ja Hey Hey Running, 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 running Running Eure Mission Lokalisiert und entschärft eine Bombe Hä? Die Bombe wurde lokalisiert Die Bombe wurde lokalisiert Hä? Was war das? Ich werde ziehen Verziehen Ich scanne nach Geräten und fallen Das Stufgeschäft ist bereit Alles klar Digga was sind bei ihm Will ich gewontakt? Keine Ahnung was Ich üble Sonne Ja hat er Ist bei ihm Phase Digga Ja 168 Digga Cool Nein ich mach das weg Mann Ich mach das weg Ich mach das weg Mann Ich mach das weg Ich hab nur noch weh gedrückt Ich glaub wir verliehen Ich wollt grad damit ja auch die Spickern den Live-Team rausschalten Ey ich springe raus Was für Lappen alter Ich sind halt voll die schlechten Gegner in Richtung Ja Mit ich Macht's vielleicht Spaß Weil ich bin die ganze Zeit im Lens noch Wollen wir jetzt alle raus Was macht der da? Was macht ein Frimble Grimble da? Frimble Grimble Frimble Grimble Weißt du Digga mal Digga sein Aim Bruder Digga Bruder Scheiß noch mehr rein in den Game Digga geiles Aim Guck mal Aber der Ey die Kampiere haben aber auch geiles Aim Ja das war's Das war eine gute Runde Digga Wenn wir jetzt wieder da sind wir Bitte sind wir nicht Bitte am anderen Haus Digga Dann fick ich den Ja Kann ich mit C4 Trick machen Ah Moin K4 Auto Amp K4 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 Das war's wieder komplett so Na ja was schon Dirk ist doch gut Mein Ah ja Hä Ich wollte eh doch spielen Ah ok einer was zum aufsprengen das ist der Almdudler? ich fällte da ist der bereit was machst du da nicht? nein warte ab warte ab super verlästiger hat gar keinen Bock mehr cool der kommt back und Q und stairs nein als ob ich keinen geholt hab ja ne nur digga digga weil platzierst du das C4 unter der Toilette da und dann holst du eigentlich immer einen immer hab ich gesehen ja ich hab immer da bis jetzt eingeholt so um rechts in der Ecke da wo dein Kumpel da liegt mach dein Ella da digga ich hab seine Waffe hier gesehen ich hab seine Waffe hier gesehen ja alle wo ich sie wo ich sie die gegner haben meinen entschärfer neben meiner Umbe platziert zerstört ihn entschärfer lokalieren Null Null ne du machst erstmal unseren Stacheldraht kaputt cool dann machst du unseren Stacheldraht kaputt ne 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 ein Gegner wirft ein Stacheldraht ne 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 aber ihr habt es gehört ihr habt es zu schlecht Alter war das 2 gegen 5 ich hab Bock auf Forteit irgendwie komm Giro rollack hier ja ich spiel die Runde noch dann geh ich vielleicht glaub ich erstmal vor ne Runde Forteit macht zur Zeit irgendwie ein bisschen also dieses Saunus macht wieder Bock für dich bisschen naja naja das ist ja Komplett wir müssen eine Bombe aufspüren ok naja es wird ein ich das ich also es ist es da wo wir waren ja Wird wirklich da wo wir waren oder wo waren wir denn? Geht's da rein, amenah! amenah 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 wir waren ganz unten, was? ne, wir waren eine über keine Ahnung, warte mal, war ich fit, die kurz die Bombe, amenah die Bombe ohne gelokalisiert cool ich bin tot Lade nach ja, was ist denn mit ihm? ja entschärfer ist jetzt gesichert wir haben es gegenseitig getötet wir haben es gegenseitig getötet die haben es gegenseitig getötet die haben es gegenseitig getötet so nach diesen los geht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah ja, Fluch Ich weiß nicht, dass ich Fluch's livestream Ah ja. Warte mal hier. Das war mein Livestream? Haha, ja. Natürlich holt er mich in der Luft. Lul, er flog. Da wurdest du... Das ist ja mal der Luftdinger. Ja, hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Macht der Typ. Was machst du da? Cool, er kann nicht mehr spritzen. Hm. Wie viele Schaden hab ich gemacht? 274 Schaden an Spüren. Na ja. Du führst eben 2. in der Runde 3 AR zu nehmen. Neun, seit oben ist mehr. Ich krieg das denn Slapper! Laan? Ja. Und jetzt? Ja. Hör. guckst du immer noch mein live stream hier gerade nicht ich guck ich 24 7 ein leichter hast du es wieder kommt Hey guys, let's go. Hey guys, let's go. Natürlich, er hat drei Falle im Winter, er hat drei Kills und zehn Falle. Ja, das war's natürlich darum. Na, mein Spot hat man noch mal eine Falle. Marvin schreibt, meine Mutter hat mein Gefühl gestellt. Ja, tschüss. Hoffentlich kein Scheiß-PC, Marvin. Wahrscheinlich. Ich glaube, er wollte sich ein Pferd nicht komplett selbst holen. Wenn man sich ein 800 Euro komplett selbst holt, im Ausgang der Kursung, und insgesamt 40 FPS in Fortnite. Cool. Ich glaube nicht mal... Führen Sie FPS? In Fortnite. Ja, super, Digga. Ja, du hast einen Plätzle für irgendwie 800 Euro bezahlt. Ja, aber Komplätzle sind richtig scheiße, also... Ja, aber warum kauft man sich sowas? Einzeln ist so ein so guter PC, Digga? Hältst du dann irgendeine Lappen... Ja, der eine etwas Sitzung geht. Wooh! Oh! 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 Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Yeah. Yeah. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Yeah. ... 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 ja super draußen ja die ja von hinten smoke pump ist ein bisschen die das beide holen noch mal er kommt noch mal raus ich hab noch mal raus ich hab das blickchen raus aus es ist ja fein nein das war so knapp ich dachte schon wir haben gewonnen ja ich dachte auch gerade so ein ging so zum Ende und auf einmal egal wie sie als Verteidiger nicht alles auf der Panker da kommt ja nur Barbera Bandit ähhhhh Blaubargel oh 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 man Ich setz mal hier ein bisschen auf Krumm. Ich will durch, man. Ja, da kommt man im Ducken durch. Das ist scheiße. Ja, das ist halt Standard-Lock, dann spürt er gar nicht. Ja, das geht ja ab. Ich check grad gar nicht, wo die sind. Ich check grad nicht, wo wir sind. Ich hab eine gesehen. Die Nomad, die ist da draußen. Nein! Was? Wie hab ich's? Ich hab's so verärmt. Ähm... Die Nomad ist ganz ikklaff. Da sind drei Leute, ne? Drei Leute draußen. Drei Leute ikklaff draußen vom Eingang. Ich weiß, ob die Tüte ist low. Die Nomad dürfte auch low sein. Ich hab' da... Ich hab' da... Mach' mir da! Ja, der! Achso. Da kommt doch noch zwei Nomad und restiert. Die Nomad ist tot. Ach, die ist tot? Ja, who is tot. Ich hab' noch ein stretch, switch. Ein Gegner verbleibt. Komm, komm komm komm. Ja, das ist so. Ok, Kiano I don't have Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst Du wurdest entdeckt Kiano Wo ist er? Vor der Ja, jetzt hängt er weiter und geh da raus gehen Ich glaub er ist bei mir Ich geh sicher Ich geh noch von oben Ich glaub er ist echt bei mir Ich geh Sollte bleibt Oh, da war ne Claimor ohne Norm Für die Tüte, ich wusste das Hab ich da hingehebt Ah ne, da war ne Claimor Ja, da war ne Claimor Wer macht ne Claimor? Na, Bruder genau deswegen alter Genau deswegen Wenn wir das jetzt verlieren Oh, ach, ich geh nicht auch so Oh, ach, ich geh nicht auch so Einfach nicht, piek einfach nicht Einfach schön Don't piek, don't piek Don't piek, don't piek Ich sag schon, wir haben es verkackt, Alter Na, so würde ich Ich hab gestorben mit piek, meno Ja, sie hat geplant Hä, sie hat geplantet Hä, sie ist geplantet? Oh, ich hab doch gesagt, das was ich Ich bin Ja, ich hab ja Ich hab ja noch ein Ich hab ja noch ein Alles gut Aber dann war die Ich hab ja noch ein 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 Hast du mir eine geklaut? Äh, wie Sau die Ahnung Ich hab ja noch ein Ich hab ja noch ein Ich hab ja noch ein Nein, der sollte doch nicht zumachen Egal Da wurde ja grad der Die Fröste zumachen Äh, da wollte ich ihn doch machen Das Gerät ist am Platz Was macht die Fröste? 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 Ich kann ja nirgendwo kämen Fuck! Hä? Ja hier bei dir kommt ja jemand Fits frick frick Falsch gesichtet! Hab sie! Sehr schön, sehr, sehr schön Danke für die Call, Alter Bei mir kommt welche Äh, hier, ähm... Ich brauch jemand Hilfe Die Fuß Bei mir jemand? Ja, bei mir kommen noch welche Ich komme, warte kurz Ja, warte Dann noch welche Okay, jetzt ist der Gang 4 Okay Komm, 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 komm Ich hab die Ticker Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst Das haben wir, Jungs Das haben wir doch nicht Is on the same Ja, it's back Da ist nur noch einer Ja, es ist nur noch einer Von meiner kontrollierten Zone betreten Ist doch mal komm Ja, über mir Ja, über mir Also, ja, gut über mir Wenn du in dieser Zone bleibst wirst du von Feinten entdeckt Du wurdest entdeckt Ah, er war da Ach, Mann Wollt ihr mich verarschen? Ich hab ihn die ganze Zeit gehört Also, Mann Warum pieke ich überhaupt raus? Er wusste aber auch, dass wir beide kommen Weil er, er hat schon Genau da, wo ich war, hat er schon hingeaimt Und dann hat er sich gesehen, hat er sich noch nicht getötet Und dann hat er sich gesehen, hat er sich noch nicht getötet Hey, Mann Hey, er hat's alle geholt Hey, er hat's alle geholt Ich kann nochmal Shisha Meint, jetzt wird schnell nochmal Shisha? Ich würde, äh Ich nehme Bände Der hat Ace gemacht, oder? Nein, nein, nein Hä? Glaub nicht Glaub nicht Glaub nicht Na, ich mach' die M12 nehmen, von KB Ich glaub' der hat schon Ace gemacht Die, du, die, die SMG? Mensch? Ja Ich hab' die früher echt gerne gespielt Ich meine, die Puppe ist jetzt auch nicht schlecht Ich probier's nochmal Aber auf der Map brauchst du, äh, an vielen Stellen die nicht die Waffe Also die paar Informationen Und ich weiß nicht Also ich ich hab' die SMG gerne früher hier sogar gespielt Für Himmacher Gott der Death� gibt es auch nicht so viel wo du jetzt Ob Disney W presenters Überlebenden Ne? Be Legion Ich muss durchschießen, ich weiß nicht. Der mit Blutzeit hauptsächlich Steinbinder. Ich hopp drunter down. Äh, hier. Ich hab die Stani-Drohne down. Ich hab die Stani-Drohne down. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf einzig Aktionen vorbereiten. Ich geh... Aber... Das Gerät ist aktiviert. Aber warum kommen die in die Pool? Die wissen, dass du das baum kriegst. Mann. Ich geh Bluber. Oh, die wissen, dass ich hier bin. Die kommen mit... Pallinger. Den Twitch auf jeden Fall. Ich würde ich mal hardcore los sein. Ich hab die... Ich hab die... Die haben dir direkt getötet. Ich hab sie nicht benutzt. Okay, nice. Ich hab die Stani-Drohne down. Ich hab die Stani-Drohne down. Herzy. Ist das für die Stani-Drohne down, oder? Denpersoner-Beno paradigm decir... menobag ist wieder auf terrasse am fenster wieder ja ja genau da wieder er hat mich gerade so ekelhaft durch zehn wände gefühlt durchgeholt ich laufe da wirklich ich gehe diesen gang lang er holt mich durchs fenster über die baum herr anruft wer hat die galt fahrrad der spakt hat die jahre es ist denn der fachsinn der welt und der kieler durch einen tod weniger Ich war eine Rang, Alter. Der Wacken war aber gar nicht so praktisch. Der Wacken war heftig, Digga. Der schreibt ein dickes um. Ich habe immer gewartet, bis sie kommen. Jetzt bin ich morgen für zwei. Ja, super. Silber vier, Alter. Ich will eigentlich viel zu gold. Na, Gold wird nicht. Ich habe trotzdem 300 Euro bekommen. Ja, Kiano kriegt es bei einem Loose so viel wie bei Rhin ohne Booster. Ich brauche das. Mann, ey. Der Sehfülle war bei mir. Warum bin ich überhaupt gestanden? Ich will jetzt zum dritten Mal hintereinander. Ich will jetzt zum dritten Mal hintereinander. Ich will jetzt zum dritten Mal hintereinander. Wir wollen. Wenn und ich hatten die ja die Runde vor der Ranked-Runde auch schon. Das haben wir die einfach nochmal. Super. Wer ist eigentlich ganz okay. Ist mir nur weg? Ja, ich finde sie okay. Ist jetzt nicht meine Lieblingsmap. Ja, die ist großartig. Ich bin normal, wenn ich normal bin. Ich bin normal, wenn ich normal bin. Ich bin schon wieder. Ich bin fast nie. Ohne Scheiße. Schon wieder? Ja, ich weiß. Ja, ey. Ey, wollt ihr mich flaxen? Die hat ich sonst nie. Komm, wir einfach mal. Ja, wir werden jetzt dritten Mal hintereinander. Ja, wir schmeißen das nicht. Ja, es ist wichtig. Wenn ich locker spiele, habe ich die Memmi nie, Junge. Und jetzt kommt der ich auch nie. Äh, ey, oh, alter. No, ich bin angreifend. Oh, die Echo verpist sich aller Gerose. Die Verkauf. Komm bitte mal bessere Teamer zitieren. Er war Neger, er war Neger, er war Negerband. Ah, ja. Ich war, da brauchst du immer Negerband. Ich, Kiano, wollt. Endlich normale Läufe. Was haben wir denn? Der Gegner. Ist okay, ja, nur. Same, Junge. 2 Level 177er? Gut. Cool. wenn ich weiß dass er sieben und siebzig und die mann siebzig und ein bisschen oder alles wird und 950 cool in die Christus mit Abstand der Läden und fünfziger wie gut dann kommt der Läden die siebziger etwas und da kommt alles der Beunerter zwei Läden und sieben siebziger eine Lunde und fünftige Kuhle Gegner noch mal ein Kuhle ein Ticket dein Ernst noch mal nein Junge ich Junge du nimmst immer einen anderen jetzt hole ich mir Back jetzt spiel Kiano mal Back Alter, willst du dich verarschen? mach mal Back frei eher nur so Back frei Alter 4 ja Junge weißt du sonst spielt Kiano nie Back Junge und wenn ich einen Back gekauft hab und den spielen würde ich spiel Kiano erstmal Back, Alter ich spiel immer Back hey Design Random da hat die Füße scheiße komm mit Amaro Amaro ist sie so kacke? das hat wirklich komplett ihre Fähigkeit ist geil neiiiin doch unnötig finde ich da hat sich die Fähigkeit ich noch nie angeguckt aber ach halt's mauer ich hab die auf Tester gespielen und so hoch und hoch Niemann kostet das Geld in Weiterscheidung das Ding ist halt was ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich habe das braucht man nicht ganz ehrlich sein Kassel werden kann es ja ein Ziel haben er kann es halt wie sie geholt werden die Verklarung die Vergebung ich wollte ganz sicher gehen und dann setzt sich so ein komisches Ding auf meine Drohne rauf und fahr ich mach hier so ein Loch bei Stairs Haben die Mosi? Jaja, die Mosi Ja, guck, unfass Er hat meine Drohne einfach gesetzt, Alter Ob der dich nicht sieht? Er hat sogar reingeschossen Ich weiß Ich bin unterwegs Kann man hier durchschießen? Digger Hat jemand claim? Ah ja, gut Ich hab immer Angst, wenn jemand von hinten kommt Schön wallbang Nice Zeit für ein Abenteuer Geh jetzt hier rauf, Alter Geh jetzt hier rum, Alter Geh jetzt hier rum Was? Wie konnte ich ihn nicht holen? Die kann ich nicht, Alter, natürlich, Alter Äh Was macht die denn da? Ey, die ist schon drinnen? Ich weiß, die ist schon... Nachdem der eine da geholt hat, ist sie direkt reingepumpt Ich hab mal die Kuppe Super Setze Sprenggranate ein Das hab ich vermisst Ja, Digga, wie soll ich jetzt auch fallen? Ah, da hab ich dich gesehen, Junge Links, 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 links Ja, ja, der ist das, der ist, Legion Ja, genau da, genau da Guck meine Schüsse auf dieser Dings an, auf dieser Watt Siehst du meine Schüsse auf dieser Watt, Junge, wie ich ihn geholt habe? Abliegen, abliegen Sehr schön, sehr schön, sehr schön Ich guck's erst Ne, 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 ne Da war nur liegen Der war nur liegen Der Schärfer wurde erneut gesichert Zieh, zieh, mach Zieh, dann zieh durch Reck, kann man mich, kann man mich, warum Rechts, rechts, rechts Hab ihn! Oh, der war lecker Ich ging da eliminiert Nice, Junge Sehr schön Sehr, sehr, sehr Sehr, sehr Digga, weißt du, ich will, äh, wie war das, war das hier? Der Doc war das, glaub ich, weißt du, ich schieße die Echleuchte, die haben durch meine Schüsse Ja, die haben durch meine Schüsse Ohhhh Ich nehm mich, ich nehm wieder Dings Digga, der Legion hat mich so ekelhaft geholt Ich hab mir aber auch richtig ekelhaft gemacht Ja, wo war ganz ekelhaft Ja, wo war ganz ekelhaft Ja, wo war ganz ekelhaft Aber dieses Loch da drinnen Das war gar nicht so schlecht von denen Genau wegen diesem Loch haben die mich gut Meinst du bei der, bei den Stairs? Ja Ja, das hab ich auch einmal gemacht Ja, das hab ich auch einmal gemacht Ja, das hab ich auch einmal gemacht Ja, das hab ich auch mal gemacht Ja, das hab ich dann noch Aber er musste erst mal bleiben, ne? Hey, warum? Ne, ja, nicht, wenn die von's sind und kommen und denn uns dann irgendwie kein Mann nicht garcht Ja, das hab ich gesagt, ne? Ja, weil ich denke mal, die er auch aufspüren Wiemgelt wie solche sind, denn wie sie Ja, wahrscheinlich sie jetzt noch mal schließlich verhalten Die Kinder, wenn es geht Ja, ich weiß, aber wenn sie jetzt, nein, sie sind eigentlich Nein, nein, sie sind keine Nein, nein, sie sind keine Na, nein, nein, sie sind keine Na, noch mal. Ja, mein Augen Na, nein, 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 nein ich weiß auch nicht, wie du gehst weg, er sieht gar nicht mehr um die Ecke, natürlich weiß er, dass du da drunter bist. Rauchgranaten? Ne, ne? Ne. Noch einen Schluck weg. 5 Sekunden. Maul, gib mal einen Schluck ab. Schluck, also gib dir das jetzt hin. Okay. Geil. Geil. Da hab ich doch nur für dich mein Scherz. Normal. Ist das jetzt ein bisschen gay? Aber egal. Soll ich einfach mal deine Cain noch einstellen? Ich hab irgendwas getroffen. Ey. Wer hat sich denn? Zellstieg. Was machst du? Schieß da rein. Ich lade nach. Wo ich jetzt das war? Ehrlich jetzt? Ey, Digga, ich weiß ganz genau, dass das halteneinander kommt. Eigentlich müsste ich da mal eine Cain mal hinstellen. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Junge. Entschärfer wurde erneut gesichert. Ich hör ihn. Ich hör ihn. Mann. Scheiße. Sie kämmt hinter der Bombe. Ich schick's immer nicht. Wie die mich durch die Bombe abschießen. Aber ich sie nicht, Alter. Das ist so kacke. Dings, Mino. Hast du dich gesehen? Ey, Mino, Digga, du hast ihn weggeguckt. Wie steckt mir sowas? Machst du da, Alter? Nein, ich meine nur. Ey, das müssen wir nicht drüber reden, aber... Da war noch einer. Nicht der AIM. Du siehst, AIM ist der links. Dass der aufsteht, Mino guckt. Geht jemand. Bei mir ist jemand. Ich habe Laser gesehen. Lass dir die Füße aufpassen. Ja, ich weiß nicht, wie ich da reinpustel soll. Nur noch ein Gegner übrig. Ehrlich, Junge? Junge! Was? 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 Hatten die Frost? Ja. Ey. Nein. Ey, lässt mich doch, Alter. Digger. Ja, ich hatte so Frost, Alter. Frostbiss ja rum. Was? Was für ein Timing denn immer hatte? Du hast dich genau in dem Moment hingelegt, wo er da rauskommt, ne? Ganz, ganz komisch, ne? Komm, das wollen wir Jungs. Jungs, komm. Ich denke mal wieder Sophia. Ja. Ich bin ja, du bist gegangen. Ich heb den, würde ich sagen, einfach auf. Ich schieb den auf. Ja, nimm dir ein paar Spiegelbahner. Ich guck mal, ich verstehe es immer nicht. Die könnte ich schon mal durch. Ich nehme dich nicht. Das verstehe ich mir. Ehrenlos. Ehrenlos war auch auch der zurück, Digga. Riechel, Riechel, Riechel oder so. Ben. Es ist ehre gesagt hier Haman. Ja, pccoli. Ja, Slash, eu68 ist kinsiert. Viel für den Hammer von Schelchel Ja, der ist geil, der ist neu der Hammer. aber sonst der Scheiße, sonst ist es er wird immer weg, meine Bomben aufzuspüren wir kommen, ich bin durch Kappa haben wir uns sicher jetzt, ich habe euch die letzte Runde so gekämmt, ich bin verkackt ich bin schon zu ihm ich bin neun Kind ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher ich bin sicher, ich bin sicher Everyone justamente gar nicht, den wir arbeiten dann получ km 사람들이 khi man landen wir machen ich mache er erklärt er mich beruhigt ich denke ich denke erinnern abgabend er lebt er ist auch nicht er ist so wichtig er liegt jetzt er liebst du dir ich glaube ich habe von hinten zu kommen wie der Dock ist tot? Oh, die Ecke kommt schon von hinten, sehr schön Heißer Optiker! Ah, die Welke, der Moskne, der Moskne Der Camp Nein! Ja, wir müssen das holen Wir sind gestorben, mein kotzt mich an Ich glaub, rechts in ne Ecke flot Hä? Ich glaub, da müssen die Dinger sein Alle bieb Versuch meine Leiter zu schweißen Ah, okay, hat er schon Jemand hat dich im Revier Ey! Heißer, ist da einer? Ne, hat mich nur schon Ja, guck mal, ich hab' mich nicht erwähnt Weil ich hab' noch kein Vorstand Aber sei der nicht hier rein Kann ich rein? Äh, Recht ist ein, ich hab' ihn gehört Der Rest ist der Wichter Nur noch einer Ah, von Stern Ach, der, da war ja das Loch Das ist auch, da ist der Legion Der, der Legion, der Kämpfer die ganze Zeit, alter Der kommt raus Da, ich hab' ihn auch getötet Da, ich hab' ihn auch getötet Mann Hä, wie bleib' ich dich auf dem Oberkörper Eigentlich war's so voll drauf Ja Ein Kennfeld, ne Na, komm, hast du gleich das Pult gesehen? Ne Lass' dir ja Oh Ja, du hast aber den normal mal gehitten Echt, nur einmal? Ja Das wär' er gestorben, zweimal hinten, dann ist er glaub' ich vor Ja, ja, aber Das Schicha, oder? Schicha, ja Ich würd' mich auch das Loch da, alter, jetzt kann ich mehr Ja Soll ich Gojo, soll ich Gojo oder Mozi? Hm? Ich nehm' gut, glaub' ich hab' ich Kontakt gemacht Ich würd' Mozi sagen, du warst ganz gut, Mozi Ja, weiss' nicht Ich weiss' nicht, Gojo hatte halt auch die fürste Waffe, ne? Gojo ist gay, alter Der hat die Waffe von Mira Ja, der hat die Wechsel, die ist geil Ja, der hat die Wechsel, die ist geil Ja, aber wie Mira, Digga Der hat die gleiche Waffe wie Mira Die ist halt heftig Ja, ich find' ich bei Shicha gut, weil du kannst dieses Fenster an die Stairs setzen Stimmt Das find' ich eigentlich ganz nice Ey, Scheiße, hätt' ich hier gar nicht wie Bomben Ja, Mira, Digga Äh, einmal mit dem Loch hier Ich kann nicht, ich hab' keine Garnate, nochmal einer hier, bitte Hab' einer Loch machen, oder soll' ich jetzt meine Zipi an die da hinwerfen? Ey, du Arsch Ich hab' jetzt gleich zu vier, die wieder für dieses scheiß Dach gewonnen haben Ja, hat Medo nicht das Konzept nicht? Ja, ich hab' nicht Alter, geh' weg, geh' weg Geh' weg Geh' weg Ja, ist schon gut, das haben wir schon Ja, ich hab' Du musst halt streben, aber Super Dankeschön Heal mich, Tomo Ich will kein Dock Beste Dock Gar keiner Ach so Super Hey Ey, die Mira soll mal hier machen Mira, please Mira, please Okay Das Gerät ist am Platz Ja, okay Ja Thanks, thanks Ja Ja Ja, klar geht Ey, ich sag's doch, es ist da gut, Junge Profi-Mene, ich weiß es nicht Ich hab' auch nicht gesagt, dass es schlecht ist Fassil ist zum Krieg nehmen Ey, die haben Monti Ey, die haben Monti Ehrlich? Ja Nein! Minus Stairs Ab ein, ab ein, ab ein Da kommt, Hibana kommt Stairs, Hibana kommt Stairs hoch Hibana Stairs? Ey Was? Mein Aim ist grad so scheiße Wahrscheinlich hab' ich die da nicht getroffen Ich hab' hier mit Benz Ich hab' hier 30 Hits gegeben, Hibana kommt Stairs immer noch Hab' ich gesagt? Ja, Hibana Stairs, Hibana Stairs Hibana Stairs Hibana Low Hibana Stairs Hibana Stairs Ich hab' hier über den Törner aufgeben Ey, das ist Monti, 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 Monti Monti, Monti Monti bei mir noch die an und noch andere Ich hab' äh, die Banner Und rechts rum Nicht auf Monti, nicht auf Monti den anderen, da ist noch einer hinter der Hibana Stairs ich schreibe auf die monstie die letzte große scheiß auf monstie die genügend äh ich hab noch contact nade du kannst mir gucken ich hab die drohne monstie rennen weg wir sind beide noch alleine ach du ist deine drohne ähm nur noch der monstie ich fühlte ich mir das was ist er schreibt auf den Weg das konnte die Gäste wo ist er, wo ist er geht auf, geht auf Zeiss ab, geht auf Zeiss ja, ja, schimm jetzt nur noch 15 Sekunden ja, kommt zuerst oder? Zeit läuft in 10 Sekunden ab jetzt, es ist jetzt denkbar ohhhh ich sehe dich haha wie kann denn mich killen, Digga? wenn ich auf den Kopf schieße ha loca ha Wie warst du, als er das Schild hochgenommen hat, genau perfekt an die Füße geworfen Digga? das war... aber der Kiel, Digga! Der war heftig! Geil! Ah, ich nehm wirklich nix! Wo sind wir? Wo sind wir? Wir stehen 3-1 und... Ja, komm, noch eine Runde, Digga! Ich nehm wieder Hook, irgendwie! Ah, nein, ich nehm nicht Benitz! Ich nehm diesmal Doc, damit sie sich schön selbst ziehen kann! Oh, Hook und Doc, Digga! Ich nehm jetzt Kugelsichere Kamera bei Doc, Digga! Hab ich immer! Hä? Ich nehm nur der Stacheldraht! Ich hab gar keine Zeit, die Kamera anzubringen! Ja, natürlich! Hey, Doc! Natürlich hast du Zeit bei Doc, du scheiß Kamera anzubringen! Ey, guck mal, wie lahm der ist, Digga! Das ist so lahm wie Hook, Alter! Guck mal hier! Ey, wir sind Kollegen, Digga! Achso, ja, wir sind beide gleich aus, Alter! Komm, da! Da komm wieder, wir locken jetzt hin mit Flash-Tempo und her, Alter! Mal getracken, Alter! Ey, das ist wie Zeitlupe! Ja, Digga! Einfach mal hier ne Wallen! Ja! Einfach, weil wir's können, ne? Ja! Weil wir's können, ne? Weil wir's können! Weil wir's können! So, wo soll ich die Kämmern bringen? Wo soll ich die Kämmern bringen? Bestens der hat oder so! Der? Ja! Ja! Okay! Jetzt sind wir scherz! Hier, wir mürt! Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert! Macht euch angriffen! Komme! Nein! Allein! Lein sich hoch! Cool! Ich bin tot! Wollt's grad die Kamera anbringen? Nein! Ich hab die Kamera angebracht! Bin hochgegangen, guckt die Cam und dann hängt Kibana da an der Wand! Cool! Was? Lein sich rein! Ich hab da oben die Kibana salzig umrein! Ich bin versuch'n! Ich bin versuch'n! Ich bin wirklich gefall'n! Ey die sind Stairs! Das ist klar, dass der ist, dass der ist nicht zufrieden! Nein! Er hat ihm ein Handy geholt! Ich war C4! Hermine! Hol' die Rüstungspaket! Zeindliche Drohne zum Scannen unterwegs! Ach Scheiße! Was denn? Ich dachte ich hätte! Nein! Ja, ist, ne mach' ich jetzt nicht! kann weil hier ist einer größte erst der alle ist ein das erste genau links und genau die zerstört die man suchen der sich direkt hier denkt immer noch einer an der wand er du bist er 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 in er in der die die alter ja ok mir noch reicht, reicht mir noch, ist ok hehehe wenn das jetzt nicht schafft, dann würde ich das gemacht werden dann würde ich das ein scharfes Gerät wurde in die Art ey, wo bin's da, Junge? 5-1 gewann hat's 5-1? ja, wo ist denn bei der Killzone? der steht da wieder 9 Killzone der sieht ja noch behindert aus als Doc der ist genauso fett, Alter komm, wieder Rang-Upgrade, komm ja, Silber 3 ja, Bronx 1 Alter, Killzone, wir sind beide Bronx 1 wieder ja, was krieg ich? ja, ich hab 400 bekommen boah, ich krieg 600, Digga, Mashallah Alter, ich hab auch fast 340, uh ja, komm, ich krieg doch nur so viel, weil ich hier durchkämmen oh, ich krieg Alpha-Pack äh, du kölnst durch alles gleich mit äh, klar, du kölnst durch alles gleich mit äh, klar, du kölnst durch äh, klar, du kölnst durch ich hab' 600 bekommen, was schon ich hab' plus 37,3 für die wegen dir jetzt gewinnert krieg ich immer 400 ja, stimmt, Info äh, Meno, ich ja auch, ne ich hab' schon wegbekommen, das ist nicht jetzt obwohl ich, ich weiß, 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 was ja, ja ich hab' schon sieben Stück, aller er kann man immer live und das ist Alpha-Pack-Ziel, folgende Belohnung ich hab', ey, Meno, ich hab' auf Doc die Tarnung, die du dir für Doc gekauft hast diese, äh, russentarnung, ja, weißt schon was, die russentarnung? ey, diese Frankreich-Tarnung ja, das ist doch keine russentarnung sorry, alter russentarnung ich hab' die bekommen gerade, ne, aus dem Pack ja, nice oh, nein äh, Jungs, wir verkacken jetzt schon warum? ja, das bombkicken haben gesagt ja, normal alter, ne oh, ja, die ok level 248, äh, 40er, im Gegner-Team ja, 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 ich hab' schon verkackt, Alter hä? level 248 ja, super, level 32 ja, Weno, wir haben level 300, da im Team und der war scheiße, also halt's Maul ey, hier ist wieder, wir spielen gegen, wir spielen jetzt gleich gegen den selben, ne wir haben die selbe gegner bin an die geöffnung übernehmen und er liebt er liebt er verlassen ihre mann und der wichtig ist die spiel gegen die selben gegner erhältst du dir diese system in der wir gespielt werden wird auch in der röcke jetzt match also vor vorletzten die scheiße das war dieser krasse back gegen die spielwärts das war der er hat die spieler doch weiter herr auf der medis back was für dich ja auf der rsd er aber nicht so gut spielen nein um hohen aufrufen hält durch die märkte beträgt sich die gebeten gar nicht mehr erhielten ich habe irgendwie keine ahnung 6 angreifer alter aber so viele angreifer wie mir nur noch fehlen Prozent Prozent Park Park war ein Jahr um an der Städte gleich mehr um die Wicht und dabei ist die Lefte des Geldes bei der Basel nach einer ich gehe ich gehe nicht vorne weil es kommt in die Direkt ich würde gehen besser nicht plus docks und ich da haben wir nie gemacht bei weihnachts bei weihnachtsmarkt hey mich haben die da schon gesponnt mich natürlich einmal ich fühle ich schon keine ahnung wie lange sorry da hatte ich halt gute gegner um ich bin und einmal ist aus dem Kurs zu können das wird ein paar Jahre kommen in locker ich will in der Welt noch nie ich will auf der Welt noch nie ist und das war ich habe ich versuchte aber jetzt geschafft und er hat aber das hat er auch versucht und gut auf den Boden die Erkennung kam zu oben er ist gut für Backe alle war das Bild der Köln das ist gut das war der krasse Bank bei der Arbeit ist nur noch gegen ich bin aber immer noch gegen den 288 ja das hier ist ein bisschen scheiß also ich hoffe es zu sein Nomad ich nade ein neues Meld ich nade ein neues Meld Flo mach mal hier alles auf bitte was ist hier? ja alles aufmachen einfach alles lass alle auf wo wo wo? ach hier ist keiner mein Luftheap ist eingesetzt ah er kommt wieder ich würde jetzt einfach mal drohen mach doch der irrenloser, warum kommt der wieder? wir haben Bennett, der ist selben irgendwo gute Beschreibung ich weiß nicht gar nicht mehr wo, warte, komm mal hier unten wir haben Gojo Hallöchen die, die vordere Bombe ist eigentlich spiel der würde ich jetzt gar nicht ich weiß nicht jede Bombe kennt Kavira cool der Gojo ist da dann zünden der kann direkt auf spiel achten Wollen wir mal, ist hier clear? ja also die erste Bombe ist wieder, könnt ihr rein da rein da können wir nicht mehr die 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 Er ist irgendwo da. Der Bandit. Ich weiß nicht. Ja, nein. Junge, nur wegen Dickiano. Ja, ist Tim, Junge. Er kam von hinten. Hä? Der Goyo. Der Goyo ist direkt da. Was ist denn mit dem Goyo? Der Bandit hat dich geholt. Nee, der Goyo ist da, aber ich guck grad in Twitch. Ja, ach so, ja. Wo ist der Goyo? Weil der Twitch hinter der Wörm. Wollbacking doch. Ja. Ja. Hä, die Panu von Twitch. Wer kommt da? Doch. Mann. Ja, der ist seit der Decke. Ziel, Ziel. Bring ihn ab. Mach das Schild kaputt. Der Goyo ist da. Ja. Dankeschön. Komm. Nice. Gegner eliminiert. Eigener Trupp erfolgreich. Nee, wir wollen grad blenden. Hehehe. Nee, nur, Digga. der It's Time LP naja, es ist schon mal nicht ich dachte, es ist Tim, nee, It's Time It's Time LP, Bestes ADS so heißt die, wie heißt es, wenn man es grob geht, dann heißt es, die Ad das heißt, das irgendwas heißt an der Maus ist das oh, die sind Bahnmuseum die haben Alibi und Dock oh, meine Drohne ist geil Keanu ist einfach auf Cardigan Keanu könnte sich Super Keanu ja, schon viel locker noch auf fünf Sekunden die haben uns bis zuerst lautet die haben uns bis zuerst lautet geiles Mikro, Alter ja, ich hab nichts verstanden ja, ich hab nichts verstanden ja, das hab ich vermisst da war wirklich hier ja, ich hab da ja, du musst dich kommen aber wo? da springt doch gleich so einer raus hier hinten ist bei mir springt gleich einer raus ja, da springt der ja immer raus ja, der ist schon offen Lektar ich will die gar nicht, ich bahne, ne, fucker, voller, alles so gut Ach, halt's voll! Junger, du bist gerade schon mal in die Tür Ich bleibe hier unten drauf Ey, da ist doch safe einer, wenn man da jetzt hoch geht, Digga, ist da so safe einer Ja, da ist es Ja, da ist es Ja, da ist es Ja, da ist es Cool, er kommt aus, finischt mich, ja Ich weiß nicht, wie die Kamera mich geholt hat Aber Ich hab, ich hab sie nicht mal gesehen und ich bin einfach tot Ich glaub, die hat nicht durch Fensterbred die Wallbank, was eigentlich nicht geht, aber Cool Ja, ich bin verhört Hab's gesehen, Digga Glaub ich bin tot Glaub ich auch Den hab ich, den hab ich gegeben Glaub ich Glaub ich Ey, das bringt da raus, ich wusste es Guck mal, Flo Guck mal, Flo Guck mal, Drohne 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 Die Schaffer muss zurückgeholt werden. Ehrlich? Timo, Alter. Ja, ja, genau das. Ah, was soll ich denn machen, Digga? Ah, guck mal, sie aint dahin. Sie aint dahin. Das ist ja Timo, ne? Ja, das ist sie. Wir spielen wieder gegen den gleichen, Digga. Als ob es so viele Spieler gibt. Wir spielen hier gegen vier Leute und ich will kacken. Jetzt komm ich mit Kapitano, Alter. Ich will mit Holo hier. Ich will, ich will nicht. Ich will jetzt die Banner tot. Digga, wieso machst du das jedes Mal? Keine Ahnung. Jetzt langweilig. Und ich hab ihn wieder. Alter, aber ehrlich. Ja, man kann ich ne Pizza, Digga. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzusehen. Äh, isst du eigentlich auch noch was anderes, außer Pizza? Nein. Ja, nur jeden Tag ne Pizza, Digga. Ist halt echt so. Ich hör immer, wenn ich die Spiele, erst nach Pizza reinschieben, Digga. Nochmal. Äh, Menno, aber früher im Spiel spielst du auch die Pizza, Digga. Ja, aber ich bestell mir Pizza. Mit der Tase. Nein, der hat mich ver... Ich hab den doch so verarscht, Alter. Sind die wieder da? Nein. Nein, 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 nein. Die sind ich denn nicht. Nein, was machst du denn? Meine Drohne hat eine Bombe aufzusehen. Ja, du! Digga, du machst auf so einen guten Spot. Ja, ich sag dich mal, oh hell. Du kannst dann weggehen, wenn man auf einem guten Spot ist, oder Menno? Machst du auch noch nicht. Ja, mach ich immer. Mach halt. Ja, du hast die Füße, ne? Ach, ne. Safety springt jetzt direkt, bevor wieder so ein Stamm einer rauskommt. Ne, du hast grad Schwein gehabt. Ich merk, die anderen sind fast einfach. Ja, ja. Ich bin ja mal mit Dock. Ne, das war nicht so. Ich bin ja genau da aber mal mit Kamriere rausgesprungen, wenn die drei Leute geholt. Ich hab' vergessen, wo die waren. Siehst du doch! Ah, hier, okay. Guck mal hier. Die sind die Bomben, aber fast so. Die hat doch hier hierher. Ich hab' vergessen, wo die waren, diese Aussage eigentlich. Ich hab' doch hier, da wo die Sprottkasse war. Ich geh' jetzt nicht rein. Ja, schön, wenn wir jetzt so 10 Magazine raus schießen, dann weiß auch das ganze Kind wird wiederkommen. Da komm' ich jetzt ins Rechten zu. Komm' bei mir, komm' bei mir! Was willst du eigentlich von mir? Was willst du eigentlich? Er hat einen geholt! Wie bist du schlecht? Ey, das Clear ist Clear, Digga! Was? Der Rauch! Wenn was reinlässt. Ja, leid, Digga! Komm, was reinlässt. Clear! Alle bin ich da. Wo? Schau mir diese T-Mode da. War die? Direkt dahinter. Genau da. Nein, da. Ich hab' aufholt. Ich hab' aufholt. Hä? Der hat links. Hä? Die Alibi... Ja, ich steck' gar nicht, wo die war! Die Alibi, wie war's das? Bei mir? Hä? Bitte? Digga, die Alibi hackt doch. Digga, die teleportiert sich, älter. Eigener Trupp wurde eliminiert. Alibi hat Teleportationsplack, da wird erst mal gemeldet. Hä? Ja, komm, sie denn das zu melden. Ich meld jetzt. Ey, Mann! Schinden, Hecken melden! Erstmal geht. Die Junge hat mich jetzt drei und die Kind. Nämlich auch. Wollte ehrlich hier umgehen? Nicht? Ich nehm Kläfte. Eiskalt. War die nicht gebannt? Nö. Die haben Maestro gewandt. Ah ne, die war letzte Runde gewandt, stimmt. Ja, wie ver-kackt mein Fuch-Timo! Ja, was willst du gegen diesen Timo machen, Alter? Ja, ich hab ihn nicht gesehen, Alter! Ja, aber er hat auch schlau, dass die Albida platziert, Alter! Wow. Typ ist heftig. Die Bomben schützen. Mann. Vor allem, ich denk schon die ganze Zeit, der ist so bei Meno. Okay, dann kann ich da so reingehen. Ich geh rein, bin direkt tot wegen Alibi-Dinger. Weil er auf einmal bei mir war. Jetzt spielt der Bug, Alter! Jetzt seh ich's doch! Komm, Alter! Ich geh gleich! Was hat denn der für ne KD? Na 1, ich hab ne 1,11er. Der hat ne 1,63er. Ah, ne! Der hat ne 0,88er KD. Das ist wieder komplett, Dinger. Und der rasiert uns hier alle, Alter! Ich bleibe noch 10 Sekunden. Schön hier stehen bleiben! Es ist schön da unten, wenn da einer reinkommt. Und dann müssen wir schonen, ja. Bombe vom Gegner entdeckt. Bleib genau hier stehen! Ja, du Geklech! Iren Wahn! Was ist das für stark im Bereich? Ja, du! Ich hab Hilfmeister, ähm, hab ich Kämmere gebraucht... Gib mal, guck mal! dann kommt guck doch in die Kellen rein, die ist voll gut ja, du sauer, älter ich finde die Kellen echt voll gut weil ich seh ich, wenn einer unten ist und jetzt seh ich, wenn einer hochläuft, oder die ist ja komm zeig mal ja, eigentlich geht sie ja, ich hab hier wieder angehen, ne, als Jünger, wo ich gar nichts tue guck mal, wie er wach spielt, ja, ich wusste das ja, aber das... das war nicht der, das war... ach, das war Timo ne, ne, das war nicht Timo, das war... saß, saß, saß hä! ach, das war Timo! hä? die zwitsch'n schon um? die zwitsch'n schon um, ne? die schon um ja, Finca ach, hier du! ja, ne ey, Tiano, Digga, nicht nochmal drehen Bombenmenschaffe platziert, die Gegner haben die Bomben lokalisiert ja, die sind echt cool, ne ey, die sind echt cool, ne ey, will ich dich verarschen? cool ja, sie hat 1 HP ja, was soll ich machen, Alter? ja, sie hat 1 HP die zwitsch'n, ne ach so, ja, hab ich denn abgeschossen die zwitsch'n war einfach schon drin, die kam da angekrochen auf dem Boden, ne? ne maaannn ich glaub, wir werden das jetzt verlieren das wird ja nicht nochmal bar Weltkrieg wurde mehr wen nehmen wir denn? jk ooo oh, 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 oh wir haben aber auch heftige Gegner immer Ja, oder? Ja, das ist... Folgen Geh, der Timo hat 10 Kills Hey, Junge Was ist denn normal? Das ist ja nie nur 10 Kills, ja Ja, ich weiß nicht Nein, ich fick dich alle mit Kapkan, die Kugeln, Alter Was ist denn da? Doch Ja, genau, genau Ja, genau Ja Auf oder in? Ja, in der in So Ah, doch mal Ja, okay Ich hätte hier vorne an den Stairs platziert Genau hier Ich kann ihn, weiß nicht, wie man markiert Ja, hier ist er auch Weil dann sieht man das Fenster, wenn er in der Kopf so entstört Macht euch angriffsbereit Ich glaube, ich schlaue, oder? Ich mach die da einfach nicht Ich muss gleich nochmal gucken Ja, nice Ja, ey, Mino hinter dir ist auch Ja, scheiße Wieso ist die Angelegen? Sicherheitsabstand halten Besser glaub ich Perimeter fertig abgelehnt Weil da kommt ja eigentlich immer einer Wenn da jetzt einer kommt Da kommt wohl wirklich nicht mehr Haha Ja Die Welt wird Zeit getrennt Die sind draußen Ja, direkt drüber engen Finde ich schwer Ich bin ein bisschen Yolo von mir Ich will, ob ich rausspringe Nein Warum? Dann stirbst du Dann stirbst du Ey, weißt du Da sind drei Leute rum Wo die sterben sind Was macht denn der da? Da hängen zwei Leute an der Wand Jetzt fängt er aus hier Komm grad nicht Oh mein Gott Oh Wo roll weg die, Alter? Ey, ey, äh, äh Flo, Flo, Flo Mach ein Loch, mach ein Loch hinter dir Und, äh, gib ihr Spritzen Die Gegner haben eine Bombe, Luca, die Hör Achso, okay Schade, egal, 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 egal Bin juckt Ich seh, ey, Digga, diese Twitch, ich seh die nie Ich hör die auch nicht Geht da aus, ne, ist denn die Hör Der verbleibende Operator des eigenen Trotes Ey, da gibt's der und da gibt's der so ... Guck, bei meiner Camp Okay, das ist irgendein Gut, ist egal Na, n conn Sehr schön dir, submerged Schön Ich guck wieder an der Camp Ich guck noch mal Camps durch Allesалосьes, links von meinem Camp Ja sie drohen gerade, sie drohen, sie drohen, sie drohen ok sie kommt sie kommt sie kommt und bringt das ist die Freizeit wir können nicht mehr machen die Bände abgebildet der KT-KT die Bälle die Bälle 15 Sekunden noch die Bälle die Bälle die Bälle Werden! Was? Ersetzen wir sowieso zurück , weiß ich... Ja, dass du draußen auf der Champions hast. Wäh, hatten wir wieder abgehalten? Da höre ich Herrn. Eigentlich hätten wir das holen müssen. Ne, klar, du bist denn bei der N5. Ich habe 200. Uh, kommst du 2 wieder. Geil. Ich geh mir doch nicht auf den Sack hier, Discord. Ja, ich hab die ganze Zeit nur dieses Discord-Geräusch. Wenn du Abo holst, meinst du? Ja, wenn mich jemand anschreibt. Aber mich schreibt keiner an. Aber ich hab die ganze Zeit durchgehen. Oder musst du dein PC neu starten. Ja, ich hab die ganze Zeit. Oder du kannst Discord einfach unten. Ja, oder schließen halt, aber nee. Nein, du kannst es. Hä, wenn du schließt, redest du ja trotzdem noch mit uns. Nee, dann bist du ja weg. Nein, du redest noch trotzdem noch. Das ist nicht wie bei Teamspeak, Menno. Dann redest du weiter. Halt doch mal schließen, wir hören nicht weiter. Mach mal. Hä? Äh, Digga, ich will kurz auf klonen, ne? Schließ mal Discord kurz, Menno. Warum soll ich schließen? Ich will kurz auf klonen. Damit es weg geht, wir hören nicht trotzdem weiter. Ja, jetzt. Hä? Ja, aber wenn ich es ganz schließe. Das heißt... Wenn du auf X schließt, ja. Ja, dann hört ich mich noch. Ja. Aber wenn ich jetzt das ganze Discord schließe, dann hört ich mich nicht mehr. Hä, wie? Ja, wenn ich das Discord komplett schließe, also, dass es nicht mehr da ist. Ja, dann, wie auf X gehen. Ja, da passiert nichts. Dann ist es nicht zu. Wenn ich auf X gehe, dann ist es nicht zu. Dann ist es nur das Fenster weg. Ich geh mir doch nicht hier nicht auf. Warte mal. Du kannst, glaub ich... Unten rechts schießt du doch bei dir so diese Lautstärke-Dings, ne? Ja. Kannst du rausgehen, dann musst du auf... Das hoch machen. Ich geh da jetzt kurz. Sprache und Video, ne. Eingabe, Lautstärke. Ne. Ich würd' ich gar nicht erheben. Text, Bild, erscheinen zu mir. Eingabe, willst du mich denn hier flacken? Du hast nur 66 von 96% ausgelöst. Ja, du hast 6 Kerne. Ja, ja. Die, ja. GPU, Arbeitsspeicher, okay. Ja, ich, ich hör das. Ich hab's nicht... Kannst du nicht... Hä, Auslastung des gemeinsamen GPU-Speichers? Ich hab eigentlich ja nur 6 Gigabyte, ne? Dedizierten GPU-Speichers und das gemeinsame GPU. Hä, hab ich 8 Gigabyte, meine Grafiekarte? Na, da steht ja nur 6 oder 8. Hm. Das stimmt. Ich verwand, dass du dich liebst. Moinsen! Was ist denn, Digga? Ich mach mir grad ne Pütze. Ganz entspannt. So, liebe Leute, warte geht ab. Ich muss aber zwischendurch, äh, in Rank'n... ...auf ganz entspannt, Digga. Wart mal, wie teuer war Kavira jetzt noch? Ja, der... ...der Dings. Ich glaub's kaum 600. 600. Ich will hier mal weiterkommen, alter. Das ist schwe... Ja, ich hab hier auch. Äh, ja. Und ich sind die ganze Zeit... ...Rance 1. Brauchst du 2? ich bin ich bin auch für ein Ziel, auch kriegen wir nur solche Maps Mashauner-Leber, die Map ist, komm jetzt, halt, sehen wir was, aber die Map kommt, zeigt mal nochmal äh, ja, Jackal obwohl eigentlich würde ich gerne Nein, halt, es muss ja eine Jackal oder einfach kein Wahnsinn, kein Wahnsinn wahrscheinlich erhältlich reizt das erhält sich mit Körleger in drei Jahren ein KZ er hat er die Kölner so ein er hat sich seit dieser dieser Fall das ist ein Schicksal aber auch nicht mit dem Mann scheinbar nicht so alt jetzt schon auf diesem Ort der ist es einfach 5 Orkheim die 50 60 40 64 4 geile Gegner die Gärtner die Redezeit der Menschheit ist der Weg spricht auch auf die Zunge ziemlich vieler alles mehr aufhalten wird er erhebte erhebte in den Kläscher das sind die Leute Eko und die Arme für ein Fück ECO Kielwein Bälle immer ein Hatsat Kies Hens Hetzel von Reisers Pro Hens 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 Dicke lass mal Shishaba Dicke lass mal Pim Werde mir wünschen weg Ich nicht Komm Digger wieder die Kombo alter Ne Meno Digger Die haben alle einen Rang Ich spiel jetzt alle die haben alle einen Rang Oh ich mute ihn gleich Ich hab den gemütet Er hat sogar Mute Mute wurde gemütet Digger in der Strecke und ich kann nicht aufpassen ja die Leiterin der Städte ist das durchgehend Neuropäer die Räume ja nun liegt trotzdem länger als wäre er hat leider nicht in dieser Farbe den Bereich sicher die Bomben weiter einmal und nicht in der Kommission weil ich mir nur Boah! Perfekt, Digga! Ich bin jetzt so gut, wie du? Warte, mach hier nicht zu! Hier, guck mal, ich hab das auch so gut gemacht, weißt du das? Ich setz dich halt in die Wohnung, oder? Ja, 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 dann mach da bitte! Hey, Mino, wie kann man einstellen, dass man schneller visieren kann? Das kannst du nicht einstellen, du brauchst den Auslauf! Ja, ich hatte das auch schon mal runter, das ist wirklich auch so stark, ne? Ich lauf so runter, wie du siehst, da steht einer vor mir, ich will angesehen und dein Schießen ist angesehen, dauert einfach zu lange! Ja, warum kommt denn hier keiner vom Pool, Digga? Die kommen immer vom Pool, aber die kommen nie vom Pool, ne? Oh, ein Casual kommen immer alle vom Pool, aber... Ey, sicher! Ah, ich hab mehr Westen! Ja, gut! Ich hab mehr Westen! Ich hab mehr Westen! Scheiße! Was ziehst du jetzt, Alter? Jetzt muss ich nicht die Halbe weg, Alter! Ja, ich spiele sonst die! Ja, musst du den, du musst den ja nicht holen! Ich glaub, ich bin ja, dann bin ich sicher bei euch! Ich weiß nicht, ob ich das... Das bringt irgendwie gar nichts! Das gefühlstelle ich genauso schnell! Das ist einfach ein cooles Gefühl, das wird besser! Warum hab ich keinen Grund? Könnt ihr mal kommen, bitte? Könnt ihr mal jetzt mal kommen, bitte? Oh! Ja, soviel! Hat der eine Kälte? Doch, das ist der! Wir haben eine Kälte kaputt gemacht! Ja, war soviel! Ähm, vorschicher, ich war heute! Der ist einer! Ziel entdeckt! Genau! Draußen ist einer! Äh! Digga, ich wurde übel eingekesselt! Ich wurde ja ekelhaft eingekesselt! Was? Kalt! Das ist ja so ekelhaft, ne? Nein! Das ist ja so ekelhaft! Ja, mit LMG kommt sie! Hä? Was macht denn der Winchel da? Was macht denn der Winchel da? Nee, du Digga, da... Da ist ja ein Fenster, Junge! Mit LMG! Da hat der Laserpointer da drauf! Ich kann was kaufen! Wächst Eis das alles! Was ist denn? Ich hab aber auch so wenig FPS! Ich hab so wenig FPS! So wenig FPS! Ich stübe und hab voll zum Passkonzern 160! Ja, ich hab 3x! Digga, ich hatte vorher immer 160! Jetzt hab ich 100! Keine Ahnung warum! Weil wegen 3x Update! Jetzt hab ich so wenig FPS! Nee, den Treiber von der... Ja, von... Ja! Jetzt hab ich... Voll wenig FPS! Keine Ahnung! Nur wegen dem Treiber! Keine Ahnung! Ja, er wusste... Ich wusste, dass er da... Ach, wie war das? Boah, Digga! Er soll mir sein Maul halten! Mit HOLO willst du mich flachst! Junge... Ich hab nichts gehört! Theater! Geht's nicht nochmal schief, oder? Pantown! So, egal ob meine Karte jetzt runtergeht mit Leash! Ich bin Leash! Sie nehmen sich ordentlich ein paar Dinger angucken, damit man sich auch nicht herunterrücken kann! Hm? So, eigentlich ist es ins Internet! Dann kannst du... Äh, oder so kannst du deinen Modus einstellen! Also, das mach ich immer! Dann gibst du einfach ein, worauf du stehst! Keine Ahnung! Und dann gibst du dir da Videos, Bilder, irgendwas zu rein! Was labert du da? Ja, er redet, glaube ich, mit seiner Mutter, oder so! Dann hast du was kommt jetzt! Warum hab ich denn einen Laser drauf? He, los! Wie war das denn? Nee! Du hast ja gerne eine Bombe entdeckt! Puh! Ja, meine Bombe entdeckt! Das ist doch geil, oder? Ich hab' die Bekanze jetzt ab! Ich hab' die Bekanze jetzt ab! Insofern! Ich hab' die Bekanze jetzt ab! Insofern, die Bekanze jetzt ab! Ja! Warte du! Nein, ich hab' die Bekanze auf! Die Gegner haben meine Morde lokalisiert. Auf eindliche Aktionen vorbereiten. Wir werden antworten. Schau rein. Da muss ich nicht in die Morde bauen. Digga. Du gewählst. Aber sie geht schon los, ist nicht? Digga, halt dein Maul mit mir! Nein! Nein! Er hat immer die Morde gespuckt. Can you buy a better Micro Stacks? Nicht in den Loch einfach. Ja, aber ich will ja schütteln. Ja, aber ich will ja schütteln. Und vor dem Fenster ist noch keiner. Wurde er jetzt gekillt? Wurde er jetzt gekillt? Oh nein! Oh voll! Flo? Der hängt. Flo? So bitte geh hier hin! Flo, Digga! Hei mich, hei mich bitte! Ich hab doch nicht kem. Ich hab den Back geholt, ich hab den Back geholt. Ob da keiner ist. Digga, hei mich, hei mich! Feuerschutz! Ich leide nach! Danke. Als ob Digga, was zu... Letzter verbleibender Operator... Ey, ich hasse es so! Ja, ja, die wussten alle, dass sie da sind. Die hatten eine Drohne da. Ja, mit, war offens. Ja... Ja, natürlich. Ey, die sind... Ey, die sind so Smurfer, Alter. Warte, ich sag's jetzt zu Smurfer. Sieh nicht. Wir hätten C4! C4! Oh, Digga, ist das ein Bot! Ey, wenn ich sowas seh wieder, Alter! Der ehrt doch C4! Aber die Gegner sind auch nicht gut, Alter, was... Wollen wir in die Küche gehen? Wollen wir in die Küche gehen? Das ist genügend, wo wir in die Helle... Scheiße, hier. Und kriege wir grad zu welchen Maps, die wir sonst kriegen. Ja, das ist voll dumm, ne? Gib mir andere Maps, holen alles. Mann, ich fick alles. Was hat die an uns im Status? Go, das ist ein Regeln? Ist das ein LC? Ja! Was ist das ein LC, Digga? Das ist ein LC, Digga. Wenden zu sehen. Oh. Was steht auf dem Fahrrad? Du Cain? Das war Q? Die Bomben schützen. Normal. Ey, das waren die Silber. Oh, ich hab' ich... Ja, ich hab' mal ein Auto treffen. Ganz entspannt. Verstärkungen werden angebracht. Die Rett scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Die Rett scharf gemacht. Ich lere mich, ob du dich befest. 5 Sekunden. 5 Sekunden. Ja, mir was. Ich habe das noch gegnet. Er war noch gegnet. Mach einfach... Keine Ahnung, ich denke, ich habe das schon. Ich muss das aber wieder aufgrund seiner Rutschkontrolle Magazinwechsel! Wie sind wir besser? Mit Kapkan? Ja, pass auf, die ist gar nicht vom Drohnenloch, ne? Ja, Keanu, ich hab jetzt... AHHHHH! Halt doch mal die Brille für all die Dings gucken, Keanu. Nein. Guck mal zu mir, Johan. Oh, Mann. Ehehehe, seid ihr beide scheiße, oder was, Johan? Lass ihn alles von mir. Lass ihn aufpacken, ihr. Guck mal weg, Alter. Null Position! Lade nach! Du kannst den Arsch. Abwecken. Ey, will du nicht die Tabletten, Johan? Komm her, hier auch noch. Ey, guck mal, da kriegt er sie weg. Guck mal hier, die Tabletten, Johan. Aha. Ey, hier wurde er aufgemacht. Spielkosten. Spielkosten. Ja, du alt, weil er insolventes Loch ist, ne? Ja. Komm her, ich geb dir. Ich geb dir. Oh, ne. Oh, ne. Ja, ne, 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 ne. Ja, ich bin gut. Guck mal, ich putze. Guck mal, ich putze. Pass auf, pass auf! Wie hast du's überlebt? Habt ihr echt? Habt ihr echt? Haben wir geblendet? Nein! Wir müssen, wir müssen, wir müssen, ah, okay, haben wir. Nein! Wo wollt ihr bitte? Hat ihr gleich das alle holt? Ja. Den ist doch mal, oder? Wie spielt diese Waffe auch mit Schalldämpfer, Liga, warum? Ja, wir müssten jetzt gewinnen, ne, Jungs, Mädel? Ach, komm, verkacken. Scheiße, Ehre. Das regt mich grad hier auch. Ja, Bruder. Lass mal danach bitte locker zocken. Darf ich mir einmal bauen? Ey, ich spiel Zibala mit Schalldämpfer. Nee, Rennmann, Alter. Ey, aber wir kriegen auch immer so kack Team-Mails. Ja, die machen einfach gar nichts. Ich gefühl, sie nehmen wir immer bis zum Ende und dann... Guck mal, die haben... Digga, der ist Level 1097! Und des Letzter! Digga, der ist noch unter mir, Jungen, das muss schon was heißen. Ja, hier bist du eigentlich nicht, wenn man es noch nie Crypto ist! Ja, ich bin nicht mehr maior, dass es nur alles geht. Ja, aber ich habe nichts gesagt. Nein! Kapitulieren was zu Hause? Den, den, den. Denn, den. Eine, die, die kapitulieren, nimm ich nicht rauskriegen. Na, zu, ja, oder die, ja. Das war gar nicht, wenn ich war mit일. Weil, äh, keiner Spring. Ah, stimmt. Ah, keluar, der, 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 der. Kommt, sich, der, 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 die haben, nicht richtig. Kommt, sich, der, 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 der ist noch nicht so schön, scherber fünf Sekunden bis einsatz machen die Wache auszuwiesen eure Mission lokalisiert und der Schaumweiter habe ich backen mir jetzt versucht zu rasieren Prozent 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 immer Kreml auch spieh ich das mit Schalldämpfe das ist ja übel geiler mit Schalldämpfe die Bombe wurde lokalisiert ja super Digga er wird verhört ich hab gleich den Sekt mit ihrem Namen drauf ehrlich ich geh komplett woanders rein gar keinen Bock ehrlich ich 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 Nein, der Magazin! Da war nur Lüchen, da war nur Lüchen. Ja, da hinten. Da ist keiner mehr sonst. Die Lieden war es anscheinend nicht. Was? Was hat der auf mich geworfen? Das war Kapkan oder so. Was hat der denn auf mich geworfen? Ich hab, ich würde... Ja, was ist denn mit denen? Ich hab ein ganzes Magazin geballert. Ich hab ein ganzes Magazin geballert. Ich hab ein ganzes Magazin auf Caveira geballert. Ja Digga, machen wir den locker zocken. Ich geh kurz meine Pütze... Ich geh kurz meine Pütze raus. Bis gleich. Super. Bronze Drei. Cool. Wenn das keine Smurfer sind... Weiß ich auch nicht. Super, Bronze Drei, geil. Cool, oder Mio? Macht dir das auch Spaß? Marsch. Wärer? Wärer... Wärer, ne? Ich bin jetzt besser. Untertitelung des ZDF, 2020 ... Chega... ... 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 hast du gekonptet wo du stehen musst die Führung das wohl nur noch ich bin eh wir haben zwei Leute die er sich der Kapital und Blitz bin zusammen die 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 1935 die Vorstellung ist in den Augen zu finden auf Ehre Was? Ich kann ihn ja hinzufügen, aber ich nehme an, hier geht es schon. Ich füge ihn mal hinzu, keine Ahnung, ob es muss. Digga, vielleicht bleibt eine halbe Stunde offen, das geht immer noch nicht. Wenn der Schreibstück jetzt nicht mehr spreche, dann muss der Gerät durchsch Shh. Was macht das mit dem Schreibstück? Der Schraubstück ist auf jeden Fall. Dich vergaß ich als letztes. Eins, zwei, drei. Hä? Ich reib mir die ganzen Grandoms hier, die können alle durch. Fast alle. Legende Waren. Genau, genau, alle deutsch ihre Maren. Er wohnt in Syrien. Heierabend, was geht ab? Keanu geht erstmal schon ab. Das ist schon das Beste. Jinx main? Ja. Ja. Genau. Du suchst. Ah, der noch. Was heißt der? Stress oder was? Nee, du weißt schon, es sind die Gegner, die da schreiben, ne? Das war Bananas aus dem Zimit. Ach so. GDM Bananaman ist auch dem Zimit. Ja, Kiano, Dich. Gegner lodet. Lade ich noch? Nee, ne? Nee, einer aus dem Zimit. Der Gegner lodet. Entschuld. Ihr müsst die Geisel finden. Der Feind hat die Geisel getroffen. Die Geisel wurde ausgeschaltet. Wir haben gewonnen, sie haben die Geisel getötet. Nice. Cool. Er wurde gekickt, Digger. Hey, was ist mit Menno? Ist der Kacken? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er macht. Ich weiß nicht, was er macht. Ich weiß nicht, was er macht. Erre, Männer. Tschüss. Lass mal ein Messerkappen machen. Das hast du nicht komplett. Jungs, lass doch ohne die Pistole machen. Komm, Junge. Normal. Ganz normal, ich finde. Eigentlich normale Leute. Nee, lass heiße Kartoffeln springen, die Granate. Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Ey, Mino, um am Start. Ey, Mino. Ey, ich bin ein bisschen ausgerastet. Ey, was hast du gemacht? Ich habe hier alles zusammengeschlagen. Warum? Ich habe hier alle Eier, als ob du die Geisel laufen hast. Schlechtes Abzug. Ey. Ey. Nein, bitte, Hilfe. Nein. Nein. What are you doing, Team? Willst du nicht hin? Gib mir. Es bleiben 10 Sekunden. Ey, der kam, den Drohne. Ey, los, los. Ich schlaide da. Boah. Doc, kann du hier her, please? Standort, der Geisel. Komm, die Geisel. Ey, geh den mal, geh den mal. Ach, nee, da bist du noch mal. Nein, sei nicht so eher. Thanks, man. Ey, warum hältst du den Spaß? War gern für dich. Mein Schuhgeleid. Ey, geh, Neno. Ey, geh raus, geh nach Hause, Alter. Ey, Neno, sorry, da kam ein Brei. Ja, ich brauch schon ein bisschen durch. Mach gern. Ja, du möchtest die Banane, Mann. Ein bisschen, ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen. Nein. Ich kann das auch zeigen. Was ist das? Ey, den Piano noch nicht. Der ist auch tot. Ihr seid nicht tot. Habt ihr gegenseitig getötet? Darum bin ich tot. Dann bin ich hier nicht. Ja, weiß ja wohl nicht. Das ist mein Rätsel. Was ist denn da? Was ist denn da? Ey, der ist doch gar nicht so doof. Doch, Pianos Leiche. Hä, die ist bei mir... Äh, woanders. Aber hast du Holo da drauf, achte ich halt. Äh, findest du ein COG? Ja, ARCOG, Digga. Das ist nicht. Jeder. Ist voll geil. Warum ist der eine denn jetzt gestorben bei dir Gegnern? Nein. Ah, Loll. Nein, ich gewinne es auch noch. Ah, Loll. Hey, Jesus. Digga, ihr habt's einfach noch gewonnen. Nö. Der Saviour war so süß. Digga, das war richtig schlecht. Das Maul, ich hab jeden Schuss getroffen. Äh. Schön. Ey, Mendo, wir haben die erste Runde... Wir haben die erste Runde einfach gewonnen, weil die ihre Geisel getötet haben. Die Gegner haben einfach ihre Geisel getötet. Ja, das ist natürlich geil. Ja. Ey, warum hab ich schon eine Warnung, Digga? Ja, das war süß. Hey, don't kill his innocent, girl. Digga, Pizza is da. Okay, don't kill the Mixlice. Don't kill me, please. I am friendly. Okay? The Mixlice is a girl. Am I-beender. Okay? I-beender. The Mixlice is for girl power. Ich will das Blender. Ah, klar, was du? Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Ehe, Mendo, eh. Ah, Girl Power? Ah, ja. Stehst du da drauf, ne? Ah, ja. Auf Girl Power? Ja, gut. Da stehst du ja auch drauf, oder was? Na, dann gut. Wo bist du denn Girl Power? Ich nicht. Du stellst... Na, halt. Oh, was war? Oh, ist ein bisschen... Girl Power. Oh! Hilfe! Die sind da alle. Ich check auf dem Web keinen einzigen Spot, ne? Ich hab keine Ahnung, wie das so heiß da ist. Ich check die so langsam. Ja, gehen aber auf uns schon, aber. 10 Sekunden. Ey, das sind vier! Einsatz in 50. Die haben Echo. Geil? Ja, ich hab die Echos runter gehört. Geisel gesichtet. Freigabe für Einsatz erteilt. Wrada... Ich hab nur eine Hand gleich! or- uh- Digga, ich bin hier. Das ist doch so knapp. Das ist doch so knapp! Oh, spählich. Durch die die... Na dann, ich bin gar nicht weit. Da ist wirklich geil! À, ich bin ja gar nicht weit. Ok, dann tungstál nicht mal. Ja, das ist dahingsided. Keines. Ich spiel jetzt mit der Schrotflitte, Junge. Geil. Genau. Mach ich jetzt. Das ist einfach eine Schrotflitte, alle in der normalen Wacht... Der rasiert ja alle! Das ist mega. Okay, ist das wieder komplett? Ist das auch wieder komplett? Ich pre-file, Digga. Ich guck mal mega zu. Der Boss. Ich hab Angst. Ja, der Boss ist eigentlich am Start. Erst bis dahin. Jawohl, Beck. Jawohl, Beck. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Ey, ich fick ja alles, Alter. Wallah. Ja, man braucht halt mit Gläs so krass neben. Das hab ich nicht, Kappa. Genau. Der wieso noch zu dritt? Ja, super. Das hat... Ach, Mann, ey. Ich warte jetzt alle, bis ihr alle tot seid und dann mach ich was... ...witziges. Oh, was? Oh, warte, ich weiß, was er nicht mache. Ha. Oder geht das? Die Geisel muss geschützt werden. Den Raum sicher. Nein, das war ich nicht. Da werde ich wieder gebannt. Ey, kann ich denn die Spritz in den Kopf schießen? Ja. Wachen wir ab. Ja. 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 Nein, ich hab die Geräte verstanden. Nein, ich hab die Geräte verstanden. Hör, wo kommt die denn her? Digga, die kommen alle mit drei. Ey, wir haben alle drin, ne? Nein, die ist doch heute. Jetzt haben wir alles. Geisel wurde aufgeladen. Ja. Geisel wurde aufgeladen. Geisel wurde aufgeladen. Geisel wurde aufgeladen. Geisel wurde aufgeladen. Echt? Geisel wurde ... Echiaru? Ja. E Ja. Das müssen wir jetzt holen, ne? Ich gehe in die Warnertüste. Hä? Warte, wir schminken da keinen Dings, ne? Keinen... äh... Wir müssen die Geistes zurückholen. Wir schminken da keinen Weg, ne? Ne, das ist locker. Ey, wie kann man denn in den Lockern gebannt werden? Deswegen ist das gut. Ich dachte, man kann nur direkt gebannt werden. Oh, ihr rennt, Mann! Oh, ihr rennt, Mann! Das ist ja gar nicht so schlimm, dass Melo die Geistes hochgejagt hat. Guck uns an, wir sind heftig. Eine Tarnung, hör mal, ist noch heftig. Oh, ihr rennt, Mann! Ehre, Mann! 50, 100! Hey, das war so dumm, Alter! Ich hab'n Peck bekommen. Was werfen? Ja? Ja. Was graues, Alter! Ich hab nur 40% gemacht, ich hab nicht mal alles bei mir. Kopfbedeckung, Alter! Für Thermite, Alter! Red Crown, Alter, wie scheiße! Hässlich! Thermite für Deckung. Ich hab' so viel Kopfbedeckung und Scheiße für Dings bekommen, Bruder, die brauch' ich alles ja nicht. Ich hab' 6000 alles. Ich hab' 9000. Junge, ich ruf' erst Ubisoft an. Hey, Melo! Ich hab' das jetzt schon dreimal gemacht! Ich hab' das schon dreimal, die Geise, die du... Ja, wenigstens hab' ich die Eier! Hä? Ich hab' die auch einmal getötet! Ja, ja, ja! Ich hab' dich getötet! Ja, ja, ja! Ich hab' dich getötet! Ja, machen wir zu viel, Dinger! Ey, Melo! Ich hab' dich getötet! Stress so gut! Ja, mach' mal... Hab' schon mal die Geise, die du gesprengt? Ja, einmal, aber sie wurde wiederbelebt. Also... Hä? Ich hab' sie getötet, nicht gesprengt! Ja, ihr habt' die wahrscheinlich noch nie gesprengt! Nein, ich hab' sie nur... Ich hab' sie nur einmal abgeschossen, dann ist sie umgefallen, dann ist sie umgefallen. Ich kann' euch sagen! Die kriegt immer'n Bann! Na ja, aber nicht, wenn man ihn nur einmal tötet! Doch! Der Typ heißt Junge Chill! Ey Junge Chill, bist du ein Deutscher oder was? Grüß' ihn mal von mir! Grüß' ihn mal! Aber jetzt mach' ich das echt nie wieder! Eine Sau! Der ist auch safe weg! Mann, ich hab' fast 10.000, Alter! Jetzt muss ich hier eine Stunde warten, Alter! Wir müssen doch... Uh, wie! Hallo! Mann! Mann! Du bist wahrscheinlich erst offen! Du, oder wie lange machst' du noch? Hast du noch zwei Stunden? Wahrscheinlich nicht! Keine Ahnung! Ja! Und so lange, wie viel, wie viel, wie viel, wie viel, wie viel, wie viel. Okay, dann... Ich hab' mich einfach ruhig. Ja, bei mir dauert es noch 57... Ah, 6... Hier noch! Ehrenwertig! Ehrenwertige Geräte! Wieso? Ja, ich hab' keinen T... Ich hab' keinen... Ja, ich hab' keinen Terroristen! Ja, du! Was kost' denn?! Noch 5 Sekunden! Hä?! Ich kann das Tutorial spielen! Oh, da krieg ich 600?! Hey! Jo, komm mal her! Jetzt fie- Der Schafe ist nicht in der Hand, da ist er sich nicht drauf! Jetzt gesichert! Marte! Nein! Nicht rauswerfen! Er sagt Merde! Er sagt Scheiße! Ey, das ist Französisch! Er hebt mich auf! Französisch! Französisch! Er hebt mich eiskalt auf! Ey, streamst du immer noch? Ja! Nein, oder? Hehehehe! Heiße! Guck mir bitte jetzt nichts zu! Guck mir bitte nichts zu! Guck jetzt! Ey, Kiano, wie soll ich dir zugucken? Aktiv seit 3 Stunden! So selten sind die Luft, Kiano! Nein! Ja! Ich sag Flo mal einen Daumen hoch! Ich geb... Ich geb jetzt Flo einen Daumen runter! Ich geb's nicht! Ich geb's nicht! Flo hat einen Daumen runter! Komm, mach ich auch! Mach ich auch! Nein! Wechsele das Magazin! Aktiviere Code! Ich hab's überlegt! Schärfer fallen gelassen! Einer vom eigenen Druck verbleibt! Fein! Geht erneut ernsthaft ins Team getrunken? Ö ö ö Einer vom neutralen! Einer weg! Nein? Ja! Ich hab die ganze Zeit schnappen lassen! Ja! Du warst live! Ich hab's live-stream seit 3 Stunden! Ja! Wir machen dir nur scheiße! Wenn ihr mich auch abonniert und die Glocke aktiviert? Wo ich jetzt welchen wohl da hab? Oh, Penta gegen... Guck jetzt Pro League, Alter, ihr Lapp! Hey, lass doch einfach alle Paladin spielen! Oh, halt's mal dein Paladin! Das Game ist gar nicht so scheiße, das macht echt Fun! Nee! Natürlich! Scheiß Pfann, Alter, Scheiß! Weiß! Dicker, wer ist denn in dein Livestream-Recruit? Hehehe, weiß ich auch nicht, Ciano! Den Bereich sichern, die Bomben weiterschützen! Schädling in Stellung! Schädling ist bereit! Da gehört jemand, der Name zu liegen! Dann, bitte! Ich bin auf die Keanu. Wir waren auf AfK. Wir waren auf AfK. Digga, ich schreck, dass dein wieder auf die Vorne Seite geht, Junge. Du tötest mich einfach. Ich bin auf Team AfK. Nein, Team 8. Ich bin auf die Seite. Du bist so leid. Hey, du! Ich bin auf meine Bombe und verteidigt sie. Hm? Ich hab keine Warnung, ich kann jetzt noch mal sehen. Ich hab keine Warnung. Ich hab keine Ahnung. Du stehst hier. Digga, du bist minus 85 los. Minus 85. Ich hab noch keine Warnung. Er hat dich noch nie gesehen. Ich hab noch keine Warnung. Du bist so schön. Ja, ich hab noch keine Warnung. Ehre. Ah, heran. Ja, schon normal. Normal. I will no. I will no. Er spielt jetzt Battlefield. Er spielt jetzt Battlefield 4, alter. Wer nennt der Recruit. Ich spielt jetzt Battlefield 4, alter. Oder soll ich Black Ops 4 spielen? Black Ops 4 Ich hab keinen Operator mit C4 Hey, du bist so ein Lach Hey, der Kerl, Kapkan Ne, du, Angreifer Hey, bei Angreifer, das ist doch kein Wett Hey, wir haben jetzt direkt Mit der gleichen Waffe Alle mit Augen Wahrscheinlich bei Angreifer zu viel, Digger Hey, was ist, wenn ich jetzt Hey, was ist, wenn man sein ganzes Team tötet? Was ist denn dann? Das geht nicht, das geht nicht Doch, das geht Das geht, aber, nee Hey, du kannst das ganze Team tötet Davor bist du schon gekickt Dann kann ich das ganze Team tötet Nein, geht nicht Was ist, wenn so alle auf ein Ziv Wie denn? Ja, wenn sie mehr mit dem Maiter Dann wird das jetzt eigentlich genug Verbrauch Horse ètres Dann ist das jetzt genug Und wenn wir auch tun hidr Kinder Dann wird das immer geband Ich bin sofort Verbrauchsen Ich bin Akbar Nee, ich dachte, ich geh dasaires westlich Weird, shadow, Dennis Cristo continuously Ja, ich hab das gelächert Schon gemacht, glaube ich Aber ich hatte ist Gästeує iklimit Und wie schon nach vom R dishonδ rebellion Ich dachte, gestern hab ich die Reise Nee, ne, ist vorkäst Bist du nicht mehr? Aber wo habe ich jetzt den Sitznippern, Alter? Weil ich das schon zweimal gemacht habe und dann habe ich... Ja, hat die Angst. Ehhhh! Guck dir die Brust an. Geil! Entschärfer wurde erneut gesichert. Oh, Quatsch! Hast du dich selbst gedüttet? Ja... Du bekommst nicht die Warnung, du hast mich drei mehr getötet und bekommst keine Warnung, ich spürte eigentlich nicht von der Warnung. Du hast eine Warnung, wie geil. Hier, dein Mann. Komm, gib mir den Headshot. Du hast eine Warnung, du hast eine Warnung. Ich weiß nicht, ob du die Warnung hast. Du hast eine Warnung, die Warnung. Oh Mann, du. Oh Mann, du. Du hast eine Warnung. Du hast eine Warnung. Die Oma, für die Brühe. Genau. Du hast eine Warnung. Die Warnung hatte, du hast eine Warnung. Sie dran aufge��요. Weitere Hänkiru. Wir machen die Warnung, die Warnung. Die Warnung. Ich bin die Warnung. Ich bin die Warnung. Der Kampfkader ist da. Katzenfleisch. Ah! Plus 600. Ehhhhh. 600. Plus 100, 96. Und wo 600 doch was kommt, tippt. Hehehe. Ich hab' 600 bekommen, Digga. Ist das wirklich? Ich hab' 6.49 ansehen. Erstmal ein Pack kaufen, Papa. Ich hab' 9.600. Kauf dir ein Pack. Nein. Warum? Warte mal. Ich hab' noch echtes Geld. Kann ich mir davon packen? Nein. Ey, natürlich, du kannst dich auch ansehen. Nein, nein, nein. Man kann sich nur mit ansehen, Packs holen. Mit Ehrenlos. Einfach nur Ehrenlos. Du mit ansehen? Ja. Ja. Packs kaufen geht nicht. Aber ich find' ich ehrenhaft. Ah, sonst hätte man sicher das ganze Spiel. Ja, sonst hätten sie am Deck Eis alles, alles. Ja, stimmt auch, ja. Stimmt. Ja, damit machen die es ja selten, ne? Ja. Ja, das ist ja auch so. Ja, das ist ja auch so. Ja, obwohl du alles mit Packs holen hast. FIFA? Hä? FIFA, Digga? Da kannst du dir alles kaufen. Hä? 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 Ja, der kriegst. Ja, der kriegst ja. Ja, trotzdem muss ein Keanu. Dein Ernst? Ich hab' back nicht mal, ich hab' Rekrut. Achso, ja. Welche hast du mit FBI-Swoord? Mit Schild? Ich hab' Nee, ich hab' ganz normal. Warte, ich hab' versucht. Ja, ich hab' es noch. Ja, ich hab' es noch. Nein, hab' ich... Nein! Nein! Dann kann ich Schild nicht. FBI open up! Lass' nächste Runde nochmal Rekrut. Lass' die ganze Runde nur Rekrut spielen. Ja, normal. Aber dann mit FBI-Swoord, mit Schild und was. Ja, okay. Nimm' mich nicht zur Runde, versprochen. Soll ich mir mal Tanja holen? Ah, den hab' ich schon lange, Alter. Und den spiel' ich nie. Ey, Mino, weißt du noch, was wir machen müssen? Nee! Mino hat 60 Minuten, Mann. Ja, ich weiß, was wir noch machen. Ja, machen wir dann, wenn wir... Ja, machen wir dann. Mit Blitz und Monty. Ja. Okay, find' ich gut. Find' die auch gut. Nein, es geht nicht um dich. Ich mach' jetzt hier locker, weißt du? Ja, alles gut. Wollt ihr da ein bisschen flexen? Ja, normal, ja. Mal, Mino? Ja, Mino? Ey, Mino? Ey, Mino? Ey, Mino? Ey, Mino? Weißt du noch? Du, Monty, Digga? Und ich... Fuck. Ja, da hab' ich dich schön kurz... Ja, warte mal. Das ist ja schon geil. Das ist ja schon geil. Was machst du jetzt für 60 Minuten? Irgendwie nur guckst du mal ins Team? Ne, ich geh' baden. Du gehst baden? Um 21 Uhr irgendwas. Ja, normal, Digga. Gehst du immer so spiel' baden? Ja! So. Sonst hab' ich ja gar keine Zeit. Montana Black spielt FIFA, Mino. Aber soviel zu... Montana Black spielt kein FIFA. Hä? Spielt der grad FIFA? Ja, online. Mit Twitch. Ich glaub' der FIFA spielt der. Ja, der spielt FIFA. Hä? Der streapt das voll oft. Ja, weil da kein Bock mehr auf Fortnite hat. Ja, weil Fortnite scheiße ist. Ja, und du spielst Fortnite. Hä? Ich hab' heute für wenig Fortnite gespielt. Ich hab' die letzten drei Wochen kein Fortnite gespielt. Ich hab' die letzten drei Wochen kein Fortnite gespielt. Ja, alle Spiele der FIFA 23 grad. Ja, deswegen, ja. Ja, deswegen, ja. Ja, aber das ist... Über die Abschocker FIFA leer. Ja, FIFA war schon immer so, okay, weil... Ja, FIFA war schon immer so, okay, weil... Ja, es ist auch immer so, okay, weil der war... Ja, es ist jetzt ganz so, dann geht's vor. Und deswegen... Ja, es ist aber nur Ultimate. team weil es so dumm verkaufen dass für 70 euro oder 60 und dann macht das wird muss noch 100 euro heeey glaube ich, wieder in Zukunft ja, ja mach oh, doch, äh ne ne he he das, 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 das heeey, lass mal kurz, lass mal kurz lass mal kurz Einer hat das mir gesehen Arschloch Unverfaktoren Ich habe einen Ich habe einen Ich habe einen Mute an Red Stairs Okay Okay Ich habe ihn ohne zu ziehen Ich habe ihn ohne zu ziehen mit schickern Ich habe ihn ohne zu ziehen Ja ich bin schon tot Hey Du bist so ein 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 Was ist da oben? Öffnet sie jetzt Spotify! Papel! Hä? Ich hab das gar nicht offen! Nee, nur das was kaputt! Ja, mein PC rast grad auch was! Der PC ist scheiße! Ach, halt so! Sparbar aus! Du bist so besser! Danke, danke! Ah! Auch einfach ohne irgendein Visier! Die ganze sieht so behindert aus! 24 Stunden? Man kann erkennen wie sie rauf machen, aber es sieht aber geil aus! Hatten wir nie gehabt gar nicht, ne? Nee, weiß ich nicht! Ja, weiß ich nicht! Ja, hier morgen der Gocke! Wollen sie in den Kitchen? Alter! Ich zieh auch nur den Verdalt! Ich will die ganze Zeit da hinmachen! Ja, komm! Snapchat wie? Ja, das ist halt immer so schön! Käpte! Ich kann verpiss nicht noch Snapchat! Echte Freunde! Echte Freunde! Ja, genau! Auf Snapchat wärst du echte Freunde kennen! Ah, ja! Das war's! Alter, ich geh erstmal scheißen! Mashallah! Ich hab mein Bild! Von Kacke, Digga! Hehehe! Ey, ne, wie war der Rekrut? Rekrut mit Schild! Naja, lustig, ne? Bei am Verteidigen! Gibt's, glaub ich! Am Verteidigen? Genau! Ne von Bandit! Oh, du Lappen! Ich hab aus Versehen die Dings genommen! Geht aus Versehen! Weil die Bank kann! Genau! Ja! Hehehe! Hey, solltest du nehmen wir mal wie Bandit, ne? Ja, normal! Ich mach Bandit nach! Was haben wir? Was haben wir? Geile Rekrut! Das ist das Bombe! 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 Hehehe! Genau! 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 Genau, Kiano! Genau! Ich spiel auf Minecraft! Small, du spielst jetzt keine Minecraft! Spielst du auf Server, als Minecraft? Die Bombe! Ich spielst auf den... Ah, ne, dann nicht! Auf mehr im Server? Eko-Kronisch ist die Waffe, du hast! Ah! Feier einstellen! Feier einstellen! Feier einstellen! So ein Lappen! Du bist... Ey! Hast du die Ecke geholt? Ey! Hehehehe! 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 Hey, ein Schuss hätte mir gereicht! Aber der schießt mir zwei Schuss in den Kopf! Die Gegner haben eine Bombe! Hehehehe! 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 Hehehe! Zehn Sekunden noch! Was machst du da? Hehehehe! Da sind zwei Drohnen! Ruf! 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 Geh mal raus, wenn du eierst! Wenn du eierst, gehst du jetzt raus! Und wenn die da alle hochkommen, dann holst du dich nicht! Die Drohnen bleibt, das hast du von Feinden entdeckt! Du bist aufgeflogen! Ja! Hehehehe! 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 Wir haben keine Warnung mehr, Ehre. Ehre. Ich hab dich ja auch gehealt, eh? Du mich nicht. Hey, warte, 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 warte. Nein, wo? Oh, 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 oh! Nein. Ja, das ist gut. Nein, nein, warte, warte mal. Ehre. ich habe mich schon mit schütteln wo ist es er hätte es das zweite wenn es schätzt M45 Sprengare ich finde ich nehme die USG ein Nein, warum? Die ist viel geiler. Der hat weniger Schaden. Ja, macht aber mehr Schuss. Hä? Maul jetzt. Komm noch. Komm noch, ich mach dich mit Backslash kaputt. Ja, genau. Genau. Mal gucken, ob du... Oh, keine Ahnung. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Was war denn das da, ja? Hallo. 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 Ey! Nein! onst meiner Mann brüttelt ey 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 komm doch! kann ich das nicht platziert? nein stell noch nicht kannste ja woher Das ist krank hier. Ey, du Arschloch. Ey. Das ist doch ganz schlimm. Das ist doch nicht. Frauke, lass jetzt vor dir, lass jetzt vor dir. Ja komm, ich halte das Feuer zusammen. Nur im Schleichmodus. Ja. Mach eben Kuh. Komm, eine Drehung. Die Kamera kaputt. Alter, das hab ich wohl. Ey, klar, du sind gefährlich, Alter. Oh, das sind zwei Leute. Ey komm, ich nehme jetzt wieder Rekruten und geh wieder raus. Ja, lass beide rausgehen und dieses Worn pieken. Nein, 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 nein. Lass, lass erst so, ähm, so, äh, hier so, hier, ne, hier. Welchen Rekrut nimmst du immer? Genau. Genau. Ich stimme von Bennett. Äh, GSG9, ganz hinten, denn, ähm, P4. Ganz hinten. GSG9, ein P7, ja, dann P12. Ja. Ja. Und noch wieder Schild, ne? Ja. Und, ne, T4. T4? Lass erst T-backen. Und wenn denn ein paar Leute bei, kann man, zwei, drei bei uns sind, dann lass sie killen. Ja, komm. Geil. Normal. Eigentlich normale Leute. Das heißt, eigentlich... Leute, die oft das verstehen, was man will, Junge. Komm, Alter. Die Bomben schützen. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Hey. Also, ich verschlache gerade den Pflanz, einfach irgendwo. Innenpflanz. Innenpflanz. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechende Plan. Innenpflanz. 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 Nein, mach nicht, mach nicht, mach nicht, mach nicht. Du Ehrenloser, mach nicht. Nur noch 10 Sekunden. Eee, du Morgang. Du darfst nicht. Wir sind Friends. Die Rücken haben eine Bombe lokalisiert. Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Dein Standort ist gefährdet. FC4, die sind... Ja gut. Ja gut. Ja gut. Hehehehehe. Määh. Hehehehehe. Ich werde dann direkt zufrieden werfen müssen. Ja stimmt auch wieder. Ja Digga, los. Hä, was hat denn die Echo vorne? Kann der da so ein Ding schießen, oder was? Ja. Aber nur wenn er oben ist. Der kann man schießen. Oh guck mal wie irre, guck mal. Hast du mal gesehen? Wehen, wehen, wehen? Der Random, ne? Also hier. Im genenischen Team. Der I, Am, Ela. Die, äh... Hat grad... Hat grad die Typen gekillt, ne? Die Hibana, die uns gekillt hat. Hm? Dem Gegner-Team hat... Den Typen getötet, der uns gekillt hat. Hm. Ja. Ja. Kontrollierte Bezug betreten. Die Hibana. Die Hibana. Die Hibana. Du gehst zurück an! Ja, warte, 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 warte. Der Herrmann. Ja, Mann, er muss hingen bleiben. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Und ein Lappen schießt auf ihn. Ja, geh mal durch! Wie geil. Guck mal, unten. Wo ist er eben die Seite, ne? Ja, ja. Nein, die geht nicht. Der Weg die aber nicht. Kill all, wenn die... Wenn die kaum killen. Nein, 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 nein. Guck mal, wie ehrenbar. Und eins, zwei, drei. Wir müssen das eigentlich holen, ne? Kill him. Kill him. Please, kill him. I win, denn... Ja, will ich ja. Ja, der Echo hat ihn geködelt. Es sieht aus, als ob er ihn gewünscht hätte. Komm, Junge, auch mal. Ja, komm, Junge, oder? Wie hieß der Echo? Komm, den Kirche, Alter. Ah, ne, ich hab eine Warnung. Scheiße. Wir müssen den Weihnachtsmarkt. Die Bomben sichern. Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt. Die Kirche haben eine Bombe entdeckt. Verteidigt sie. Achtung, die Kirche haben eine Bombe. Komm, du zur AFK. Für dich nicht. Ey, gerne, du bist bei dir drin. Ja, Mann, er liebt mich. Nicht kaputt, Mann. Nicht kaputt, Mann. Ich will auf diesen Ton, da. Die Kirche hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angebungsbereit. Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Dein Standort ist gefühlt. Nein, ich hab mich selber gekühlt. Was ist denn für einer? Was ist denn für einer? Wer schießt hier ab? Ey, Junge, was ist er denn für ein Ehrenlose? Was ist er für einer? Wie schießt der? Den melde ich jetzt, Alter. Schreib, fuck IQ. Die andere melde ich auch? Wer ist denn? Er ist hier. Hier, der MP Ach so. Cheatn hack melde ich. IML-A-May nicht melde ich nicht melde. Das ist gut. Nein, nein, ich hab die anderen zwei gemeldet. 2 Schau mal laufen! Ah... Ich hab das... Oh, ich mich selber gekült. Nein, ich... Ich wollte mit den Freunden sein, was... Ja, ich hoffe, das tut irgendwie mal. Komm mal, komm mal, ihr Booger. Guck mal, er killt sich nicht mehr, er killt ja nicht mal ihn. Ja, kill sie, der hat uns getrunken, der hat uns getrunken. Kill ihn, die hat killt mich, als du hat killt mich, du hat killt. Sie hat killt mich, als du hat killt mich, als du hat killt mich. Und ich war friendly mit ihm. Wenn er jetzt so einfach so zählt ist, ne? Kill ihn, kill ihn, kill ihn. Mission gescheitert, eigener Trupp verliebt. Der ist einfach. Der ist einfach. Wie? Ne, du? 129, du! Das ist gut. Ich auch noch Junge, aber ich komme jetzt mal in Tanja, Alter. Komm. Ja? Ja. Komm, mach. Mach der da. Monty, Junge. Komm. Kaşar. Depois. Tun sie dir. Trying to get governance. Just carry Aufmerksam. Steig'a! Monty, Ausrüstung, Prämierwaffe. Spielst du bei Monty den Revolver oder die andere Waffe? Die andere. Die Pistole, die sind echt tief hinein? Hm. Mit der Wurser musst du direkt auf dem Kopf sein. Uh, ich hab sogar auf der Pinay den niceen Tarn, wie das Ölfekt ist. Das ist echt geil. Soll ich auf der noch Schall ein paar Spiele auf der Waffe? Ähm, musst du nicht, aber kannst du eigentlich. Ja, mach ich einfach mal. Mach halt ein bisschen weniger Schaden. Sieben weniger Schaden. Ja, wow. Und dann auch was? Dann noch Betreibungskanal oder Rauchskanal? Betäubung. Oder? Obwohl, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Monty. Ich hab für Monty sogar halt eine Kopfbedeckung. Na, ich hab' ja. Wie sieht in der Backung aus? Uniform, weiß ich dir nicht. Komm, Junge. Eine Runde mit Monty. Komm, Lager. Fertig? Ja. Gut. Gut. Ja, stimmt, ich hab' ja im Livestream-Siege. Ich hab' ja den Livestream an. Naja, so würde ich, gell? Äh, wenn ich gucke, dann mal mit mir nur AF-Kabel ist ja. Ah, ja. Ah, ja. So ist das also. Ja, das war einer, wenn ich also, oder? Ja, ja. Ist ganz genau okay, ne? Genau. Aber er leistet mich ein bisschen hinterher, ne? Ich weiß noch nicht, schon. Aber ich kann's nicht. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich kann's drauf. Backe. 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 Da kann ich bei Monty spielen. Ich bin Perekrog. Backe. 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 Wendt im Thema? Äh, im Gegend-Thema. Da kann ich einen heißen. Pizza. Peanut-Appel-Pizza. wir müssen den bio gefahrgut behälter schützen den raum sichern die 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 kreis die 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 1 wo liegst du denn gerade? Was machst du denn? Ich mach' nicht, halt' immer fest und dann krieg' ich nicht Die Wand wurde gesichert! Äh! Ich kann das auch nicht werfen! Hey! Nicht Mechal! Ja, komm! Hey, ich kann das genau auch nicht werfen! Ja, kannst du ja auch! Hey, dann hängt das an dir! Ich weiß! Die Kichler haben den Bio-Gefahrgut-Behälter nicht gefunden. Sie versuchen ihn während des Eingriffs aufzuspüren. Von Zeilen kontrolliert werden betreten. Sofort verlassen! Keiner! Lass' mal aufs Dach! Lass' mal aufs Dach! Lass' mal aufs Dach! Wie können wir aufs Dach gehen? Hier ist ne Leiter! Komm, 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 komm! Wach, Lack! Nein, 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 nein! Leiter! Ja, wir will killen! Wir will nicht killen! Wer soll'n wir gehen? Was? Schreib' mal, dass wir Freunde sind! Schreib' mal, dass wir Freunde sind! Auf Englisch! Kann nicht! Hehehe! Ich schreib' mal auf Englisch! Ich kann das nicht! Einfach geil, Alter! Ich schreib' mal auf Englisch, dass wir Freunde sind! Live! Ein Zuschauer! Okay, das bin ich! Ja, Brody! Das gucken die sich in 10 Jahren an, Junge! Da bin ich wahrscheinlich immer noch nicht berühmt, aber es ist egal, ob ich berühmt werde! Ich hasse auch so'ne Leute, die ihnen im Live-Stream sagen, so alle zwei Minuten, so Leute, wenn ihr wollt, dass sie rundet, beginnt, dann liked und abonniert und aktiviert die Glocke mal alle! Das sagt, dass alle zwei Minuten leidig ist, die ihm schick' einfach aus Prinzip! Glaub ich hab' noch nie Werbung gemacht, die Glocke mal alle Leute hinzugründen! Guck' ich leider zu Beginn, aber! Guck' ich aber sicher, dass sie leidig ist, die Glocke mal alle! Das Leiden sich so'n Leute! Ich hab' das vielleicht noch Spaß, versteh'n alle! Das ist halt, weil Aron los von gehen! Das 2% ist dieser! Das ist der Bereich sichern, oder? Ja! Bäh ja! Das unterstützungsmodus! Das ist der Reise sicherer! Das ist der Bereich sichern! Loh der Welle ist nicht richtig! Oh! Das ist ganz eklig, obwohl! Lohll, der ist ja das Größte. Bis zum eigenen Trucks verbleibt. Der pumpt dann! Bugs hier! Bugs! 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 Bugs ist da! Bugs ist da! Bugs! Bugs! Jetzt leben wir da! Schade! Der hat mich schon ausrückbar! Sieh! Hector! Was? Was mal der Rekrut spülen! Auf Friendly mäßig! Nee man! Doch schon! Hector ist der! Hector? Ich glaub der ist gut! Das kann man sich nicht! Okay, dasselbe glaube ich nicht mehr! Das war halt der Operator! Nee, komm! Scheiß auf Fuck! Weiß ich nicht! Hibana! Alle Rekrut! Erste! Erste! Normal! Mit Schildchen! Genau! 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 Ich glaube unser halbes Team ist deutsch! Außer dieser Art des Masses! Äh! 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 Piano? Sie wollen mich rauswerfen! Ja? Sie wollen mich rauswerfen! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Mach mal nein! Mach mal nein! Ich kann nicht! Kann nichts drücken! Äh! Ich bin doch drin! Äh! Äh! Nein! Digga! Was hätte ich für Probleme? Lass mal! Die Bahnen drinnen! Die Bahnen drinnen! Die Bahnen drinnen! Ich will der Hector rauswerfen! Der ist ihrer Mann! Echt? Ja Mann! Ich weiß! Den Standort! Hast du ihn in der F.A. gesendet? Oder was? Nee! Okay! Ich hab den mal in der F.A. gesendet! Okay! Wer ist die Hecker? 27, Digga! Und du 15! Ja! 14! Was wusst? Jogeljana ist 14! Ey 15! Na Eis Digga! Ich komm mit 14 Digga! Weil bin ich 15! 15! Also ich bin 15! Ich bin 15! 10 Sekunden! Ich bin 15! Ich bin 15! Ich bin 15! Weiter zum Bio-Befahrbut-Behälter! Und diesen sicher! Ah! Du bist ja krass hier in der Cam, ne? Ja, hast du mal ein Schweiger! Ich? Ja! Ja! AAH! 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 Nein! AAH! 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 Das war schrecklich! Kannst du da nicht HP? AAH! Ich hab mein Schiebbild geanlucht! Weil ich das nicht getötet und wieder gehealt habe! Aber ich hab das Schiebbild gekeckt! Höh! Bro- Brober in real oder so hieß das! AAH! 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 Ich hab' die HP! Kommen wir mal! Der weg! Warte, lass doch nochmal eine Brotse an den Weg! NEN! Ich krieg euch meine Tür! Warte kurz, warte kurz! Bereit zum Hochjagst! es gibt ja es ist einfach nur ein 20 nur ein 20 bravo jetzt hast du gehabt kann wow das ist schön alter schlub ja ich weiß noch wie kaputt die Eggie und was mega frier oh mein Munition ist leer Ich hab den AP, ich hab den AP, ich hab den AP Hä? Wurde mich! Die scheiß Falle! Natürlich ist die Spinnerung doch eine Falle! Ich bin einfach random in die Falle von hier reingelaufen Deine AP Deine AP Gibt doch Kohl, Alter! Ich wusste ja nicht, dass man Frost ist! Hä? Sieht man doch! Nein! Ich bin ja vorher tot gewesen! Komm, Hector, kein Hector! Wo holst das? Hector! Oh! Oh! Neutralisiert ist! Ungemacht! Der Behälter ist sicher! Ich stehe 0-2 hier an und wir auf! Ist ja normal, oder? Ich stehe mal bei LB bei LB, aber du stehst 0-2 nicht auf, LB! Cool! Ja! Du willst allein sein! Jetzt sind wir unten! Denn es ist ohne Klöck und Biel! Rekrut sassel? Hä? Rekrut sassel? Ach, ich wollte ja Monty spielen, gerade als Anwerfer! Er ist mein Mann, dass du sie annimmst! Hat er die Dings angenommen? Ja, Mann. Hehehehe. Du solltest auch eine schicken. Ich schick dir eine. Freundschaftsunfrage senden. Ja, 27 ist er. Hehehehe. Bei dem kann man bestimmt auch mal Shisha aufhalten, oder? Hehehehe. 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 Geil, Keanu. Ach geil. Ich hab morgen Nachhilfe, ne? Hehehehe. 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 Scheiße. Hehehehe. Das würde ich kaum flänzen. Hehehehe. Weil erst Montag die Ferien anfangen, ne? Deswegen zählt das ja noch nicht als Ferien morgen. Trichpener. Ja. Ja, viel Spaß hier, ne? Oh, ich hab bei so einer alten Totte, der... Trichpener. Tattest du dich auch am Wochenende? Ich hatte eigentlich Freitag. Ja, ich hab die Termine, Kappa. Ja, aber, ja. Ja, aber, ja. Oh, ja. Ich hab einen Termin, Kappa. Ja, aber, ja. Was? Genau, genau. Wehe. Genau, genau. He? Genau, genau. You know? You know? You know? Euro um noch nicht das ist ja heute ein 1 0 1 2 1 2 3 8 und 80 der Klinik und Parabekt Prozent und ist sein für das deutsche Reich und in Deutschland wir müssen den Biogefahrgut Behälter schützen den Raum sichern das alle ziehen, das alle rausziehen die Kinder und seh, es war ja los die Kinder und seh die Kinder und seh die Leute hey, die Leute Gerät ist platziert hey, hey, hey die Gegner haben den Biogefahrgut Behälter lokalisiert es bleiben noch 10 Sekunden noch 5 Sekunden hey, ich hab's nicht die Gegner haben den Biogefahrgut Behälter lokalisiert ja ich spreche jetzt ich hab einen Stachel 3, nicht ausgelegt ich lade da da kommt noch einer ja, jetzt du bist von fein kontrolliertem Sohn und das Standort ist gefährdert Das ist Blackbird, die Leute sind in der Hand. Blackbird, Blackbird, Blackbird! 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 Bl***h! B***h, B***h! B***h! Blackpid! Das sind Stairs, glaube ich. Das Stairs sind in ihr. Oh Scheiße, das meine Mutter? Easy, Blackbird hasst. Blackbird. Du wirst entdeckt wenn du in dieser Zone bleibst. Du wirst entdeckt. Hartmann, kann du es leften? Fuck! Fuck! Ich bin hier, ich bin hier. Es ist links, links. Hier, hier, hier. Oh, hier ist er! Hier ist er! 2 Leute! 2 Leute! Hier. Ich habe Marker hier. Hier ist er. Komm, Hector! Wir sind von hinten und die eigenen Trucks verbleibt. 2 Leute da, Hector. Hector! 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 Er soll die Pisteln nehmen, er soll die Pisteln nehmen. Hector! Er ist, er ist verleert. Ach, ein Gegner. Das ist gut! Ah, er ist 2, er ist 2, er ist 3. Ja, ja. Ich bin hier, ich bin hier, 6. Gehe ich? Ja, ja, ja. 2015. Aber auf Xbox. Moin. Als auch du das spielst, seid es draußen. Ja, aber auf Xbox erst. Ah, okay. Und die PC besser als Xbox, oder? Nein. Auf jeden Fall. Gar nicht mehr FPS und so. Ja. Seit 2015. Vier Jahre spielte er das Game schon. Ja. Ich nicht. Du siehst. Back sieht zu hässlich aus. Ja, aber siehst du wieder hässlich aus. Nein! Rekrut! Oh, ich konnte noch ganz in den letzten Sekunden Rekrut auswählen. Ich hab's gesehen. Hätte backen, dann hätte ich sie gekühlt. Langeweile. Halt! Halt! Warum noch? Fünf Backen! Ich wollte, ich könnte mein Tanja nehmen jedes Mal! Hahahaha! Scheiße! Halt! 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 Ich weiß nicht, was ich mal mal zeigen kann, was geht denn? Du bist mit dem Internet los! Yeah? Halt! 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 Oh, woher bist du? Ich bin... Ich bin von Russland. Wo bist du? Du bist aus Europa? Deutschland. Deutschland. Du... Du trinkst... Bier... Der Bier-Befahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Ja, ne? Zum Keller Immer da irgendwo rüber Noch 10 Sekunden Noch 5 Sekunden Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt Findet den Biogefahrgutbehälter Splitterkriege Ich sterb gar nicht Das war ein Schuss Ich bin ausgerutscht Ich weiß Hab ich gesehen Ladung scharf Genau Ich bin ausgerutscht Mein Auto ist leer Kann man eigentlich das Auto kaputt machen? Schieß mal auf den Motorrad. Ich glaube, es muss ein kleineres Auto machen. Du musst mal eine Granate rauswerfen, wenn du die nicht immer auf mich werfen würdest. Ich habe einen Schwanck. Eier Kier. Auch mein Schwanck. Ich ja. Aktiviert ohne. Lade Magazin. Gegner lokalisiert. Feindliche Antigitäts. Mit Sicherung. Die Gefahrgutbehälter. Die Gefahrgutbehälter. Hä? Ach, der war noch. Er war mal ein 2. Weg für Magazin. Wieder ein Gegner übrig. Geben. 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 Ich liebe Putin. Geben. Geben. J lado nicht. Geben. Wie ist Russia? Hä? Woher in Russia bist du? Theoplane? Ich bin in Russia. Ja, was zum größten Land der Welt. Ja, ich lebe, wo ich bin. Soweit. Russland ist ziemlich kalt. Was? Russland ist ziemlich kalt. Wir müssen den Zugfahrgut behälter schützen. Russland ist ziemlich kalt. Ja, kalt, kalt. Wir müssen den Zugfahrgut. Wir müssen den Zugfahrgut. Wir müssen den Zugfahrgut. Wir müssen den Zugfahrgut. Die Hand wurde befestigt! Das Gerät ist an die Waffe. Du Messer. Guck! 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 Schade! Der ist vermündet! Hallo! Der ist verrückt! Der ist verrückt! Papa! sanft! Los zu haben! Der ist Saiako-Szenade! Der sterbe ja jetzt. Guck! Alter, aber ich habe ein Schwiegehaus... Ich bin fertig mit dem Draht. Ui! Ich wollte das Geld abschießen! Ich hab auf dich geschossen! Komm her, komm her! Oh ja! Geil! Okay! Weht die gar aus! Ja! Jaguit! Ich krieg die Waffe ohne Visier, voll geil! Den Visieren ist der Waffe... Oh no, was kommt denn so! Das für mich doch weg? Naja... Woll... Ja, den Preis! Das ist meine Schiffe! Ach, von oben! Er schießt von oben! Ach, der Fuß hat einen Schei, der haben wir da eigentlich nicht gehört. Ich kann ja keine Ahnung, dass er oben ist. Ja, du Digga! Und? Plus 200! Ist doch schmackhaft, oder? Ich hab 10.000. Ich hab 48%, ich krieg keine Alpha-Pack. Den könnte man sich mit 10.000 holen. Ist 48% kein Alpha-Pack. Dann würd ich mir ein bisschen Gedanken machen, glaub ich. Das ist eigentlich geschickt worden. Eiko kostet ja 5.000. Ich glaub ich Tau kostet 10.000. Aber den will ich nicht haben. Ich hab' den Alpha-Pack. Ich hab' den Alpha-Pack. Und? Ich hab' den Alpha-Pack. Ich hab' den Alpha-Pack. Weil immer alle die weggepickt haben, ne? Weil immer alle die weggepickt haben, ne? Den Bereich sichern. Die Bomben weiterschützen. Ich hab' den Alpha-Pack. Bleibt es mal hier kleben? Öl! Ich hab' den Alpha-Pack. So ein Sau, ey. Standort der Bombe in Befangen. Entsprechend planen. Ich werde es bleiben noch 10 Sekunden. Mache Volkan bereit. Fünf Sekunden noch. Bomben hat Gegner entdeckt. Null Munition! Lade nach! Ey, wo ich selber in Luft drin war? Ey! Ich krieg' die auch noch. Nein, ich mach' den auf. Nein, ich mach' den auf. Volkan ist bereit. Komm' mit, folg' mir mal. Na, auch nicht. Oh! Ey, du... Eigenbeschuss! Nicht schießen! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Komm! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Raus! Oh Mann, ey. Ich hab' Minus 150! ich bin zufrieden er und er hat mich verletzt ich bin ich glaube mir aber es wird alles erstellieren wenn ihr da ist er ja auch nicht mehr er hat er frei glücklück nur meine dinge ich muss man kann hier nehmen wir kommen ja ich blitzte ich lass mal dass man ein paar leute von unser team also lass mal ein paar teammates von uns träumen ich kann die plänen na meno wie geht hier gut was für baden ja du weißt du was wir machen müssen ja ich bin jetzt ich warte auch nur auf euch ach so okay nach der wunderschöne aber wenn wir noch in der wunderschöne wenn wir die Träger die Träger und für sowas von gegenwärtig gewünscht ich muss dazukommen wir haben in den letzten Jahren ich hatte ein bisschen zu tun Nürnberg jetzt kaputt und wir haben das mal alles kaputt machen Bombe befunden, wir lang zu Jungen. Hei! Ey, guck mal! Komm mal her! Komm mal her! Hier bin ich! Hier bin ich! Guck mal! Hallo! Ich? Ich bin gerade jetzt klar! Darf ich mal die IQ blitzen? Warte! Nö! Aber Rathaus ist nicht wahr! Das hat mir bitt Spaß! Komm, es ist nur zwei! Reiner, 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 reiner! Da sind die Frost! Ich hoffe nicht! Die Worte sind lokalisiert! Naja, als ob er meine Arme trocken hat! Ey, hinter dir kann auch noch der andere kommen! Ich steh' ich da in die Ecke! Du kill dein Team mit! Wenn du eier hast, du killst deinen Team mit! Ich kann grad keinen töten! Oh Mann! Ein Gegner verplant! Reicht! 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 Hehehehe! Hehehe! Ein Gegner eliminiert! Ah! Ah ja! Hehehehe! Guck mal, die Tat oben drüber! Guck mal, die Tat oben drüber! Guck mal, die Tat oben drüber! Guck mal, wie ist das denn? Ich hab' den ganz sicher mit dem Weg! Als Eins stoß! Uuuuhhhhh! Bah! Oh, guck mal! Rekrout ist frei! Na denn! Nö, ich mein Rekrout! die ein die Kruz ist frei dass es hier kommt ein mit dem gebannt werden das ist voll selten gespielt ja man kletzter ich habe gehört ein paar große Spieler gibt es sind wir da? Ja, danke. Wie geht's? Ja, genau. Ich lade ein neues Magazin! Es bleiben noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Die Tür verbarrikadiert! Elektro-Einsatzschild! Ich bin bereit! Ich wechsle Magazine! Draht ausgelegt! Guck mal, ey komm mal her! Guck mal! Bist du ein Lappen, Alter? Du bist super ein Lappen! Ich wurde irgendwie eliminiert, weil ich den Verböder nicht geschafft habe! Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Nur am träumen. Normal! Mal! Komm, wer macht's, komm, wer macht's, ey! Komm uns! We can make this with 780! Shut up! Shut up! A � bitch! Tagt okay! Endlich normale Leute! Endlich normale Leute! Das ist so cool. Das ist großartig, und schau an die Pusche in den Moment. Schockt ist es, wenn er gerade die Hände von Zip hat. Und das bringt Zangwu's attention zurück, und er hat einen Griffel! Nein! Nein! Nichts, nichts, was du tun kannst! Kiehl! Ich weiß nicht. Wir müssen deine Bombe aufspüren. Nein, jetzt hab ich oben. Ja, bin oben. Keiner. Zehn Sekunden. Fünf Sekunden bis Einsatz. Eine Bombe wird localisiert und entschärft werden. Bleib mit! Komm her! Digga! zurück! Oh, das ist nicht schon fertig! Ehre genommen! Soll du gebannt? Für 31 Minuten für sämtliche Spielersuche Sessions gesperrt! Für 30 Minuten wurde das gebannt? 31 Minuten 30 Minuten! Ich muss das so ein Zükel haben. Du bist doch so ein Sohn oder so. 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 Jetzt musst du 30 Minuten warten. Dann haben wir noch gesagt Ausnahme. Jetzt을 Save up yourado now. This though we are. Does it happen to you? Mach du jetzt mal hin. ля. Das hab ich schon einge Leadersautos. als das dreißig plus ein halb dem mann der geboren er ist ein ernstiger ich ja nun beim bauweide der bauweide die berühmte die erste macht die jahre mit gewohnt ich muss halt machen nein ich habe keinen pass ich dachte gerade ich hätte nur noch bann weil ich nichts auswählen konnte aber du bist ja wieder ja und weil ich schon beim zu sein Richtigkeit und die Kräfte überwarten er wird auch gehen im Buch tun ich bin ich habe geile der geile Metropole wenn ihr Lieblings mit Kappa 20 Minuten gebannt ist er nur Prozent bis 20 Minuten gebannt ach du scheiße wenn du noch 20 Minuten gebannt bist ja ja das denn grad dann komm ich bin mit 2 der eine wurde für eine Stunde und jetzt der wurde jetzt eine halbe mit der eine nicht aber jetzt bin ich mit der anderen Digga was ist was geht hier ab Digga Digga was sind das für Leute Digga was ist das für die Sprache keine Ahnung keine Ahnung ist Digga hier ist ne ganze Familie oder so Digga das ist ne ganze Familie Bruder ich hab die erstmal fett gemutet der Vater der Opa und die Tochter das was kommt jetzt der Vater passt auf die Tochter auf der Opa passt auf den Vater auf ahja ich bin Geisel hätt ich mein Fuchs nehmen sollen ich nehm nichts die Städte der Vater das ist nicht ich bin das nicht ich bin der Wied der Wied der Wied der Wied der Wied der ich bin ich bin aber ich er kriegt zweit der ja Nein, ich hab Ruhe und... Nein, ich hab Ruhe und ich schalte einfach da drauf, ja, es ist... Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Digga, man schreibt die da, ich bin, muss ich im Land, kommt die, Alter. Anliegen, Sanmi. Kommt die da nicht her? Ich komm da auch, ja. Okay, hallo, kommt da, eh. Okay, hallo, kommt da, eh. Okay, hallo, kommt da. Ah, die Fachwärtschiebiger mit Schelddämpfer. Digga, was ist, ich schreibe Niederbruder. Oh, digga. Digga, wie guck, mach doch Korl, Alter. N Hallo Hallo? Wer ist das? Das bin ich, Miguel, du Opfer, digga! Oh, Miguel, meinst du? Das bin ich, Miguel, du Opfer, digga! Oh, Miguel, meinst du? Das bin ich, Miguel, du Opfer, digga! Oh, Miguel, meinst du? Wo bist du? Ha, 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 digga! Ey, minu, minu, minu! Ey, Miguel, wir haben gerne Scheiße gemacht, du? Ja, warum wirst du wieder herkommen? Was? Gib ihm das einfach nochmal durch Mach ich da runter? Boden aufmachen Oh, ich kann die aufmachen Und Floftmacht Rainbow Buck ey, Minu KW nach bei mir Ey, minu, meinst du mal Bildschirm hier, Nun? Kawera, Maul Nein! Also das, was wirklich kommt, Herr... Ich hab Scheinlein von der Traum! Mach schallah! Das ist wirklich komisch! numele google malzeit schule d d h d bei werden mit der Klinik im Gegenteil kommt der Kurs der Schweiß jetzt sind die Eier Hetzel Hetzel der Schatten Reset Z nach dem Morgen macht er nicht was ist etwas Was hat denn der gemacht? Flo? Pass auf. Flo, ich will ja nix sagen, aber vielleicht willst du mal deine Beschreibung ändern? Zu Fortnite abends streamen zu Rainbow oder so? Nee, das ist super okay. Du hast keinen Bock mehr auf Rainbow oder warum spielst du nicht? Weißes Minuten-Bahn. Normale Leute. Wenn du mir nicht willst. Wenn du mir nicht willst. Na, du bist ja nicht. Du hast die ganze Zeit mir zu viel kaputt gemacht. Weil ich auf dich werfen wollte und dich damit töten wollte. Ich versteh nicht, warum man das hier kaputt machen muss. Für mich ist kein Vernehmenswiedergrund. Nee, das ist so eine coole Bescheibe, oder? Das ist so eine coole Bescheibe, oder? Ja, der macht da ne Wand. Ja, Keine, du bist wahrscheinlich schon ne ganze Weile online. Äh, kommt doch auch an, was mein Kopf sagt. dann war es dann komme ich nachher noch mal wieder das ist ja noch nicht ehrenvoll nicht ey wollten ja er hat eine Wand gemacht äh keine Wand nein ein durch die geile dicken ja noch die märkte freundlich ist das macht ihr Wer hat das kaputt gemacht? Wer hat das kaputt gemacht? Nein! Digga, weißt du wie ich hab? Ich hab Minus 1 Wow! Ich hab Minus 1 Nein, warum lebst du noch, du Affe? Digga hat mich gehalten Boah, das sind irrenlose, Alter Minus, mach jetzt Bildschirmübertragung, du Affe, Alter Was willst du von mir? Mach Bildschirmübertragung Das ist komplett los und kraftige Hä, soll ich Bildschirmübertragung machen? Ja, dann kann ich kurz zugucken Ja, dann kann ich zugucken Okay, jetzt Bildschirmübertragung Äh, Bildschirmübertragung Bildschirmübertragung Ja, mach einfach zum Placys, wenn du das Ich schweb Ich schweb Ich hoffe, meine FPS geht da nicht richtig runter Na, ich guck's halt mit 30 FPS, weiß ich nicht Das liegt hart Das liegt hart Das liegt hart Mein Aiming Was ist denn da? Digga, bei mir sah das richtig verpackt aus Du hattest grad die ganze Zeit C4 in der Hand Hä? Hä? Weiß ich mit LQ, mit LNG, guck dir das an Digga, du hast die ganze Zeit, äh Hä? Ist doch richtig verpackt Du hattest die ganze Zeit C4 in der Hand, hä? Hä, C4 an ich auch nicht Ne, du hast die ganze Zeit in der Hand Denk ich normal, hm Ichhör Witzig Herzlichkeit Anliegen Ja, ich hab mal tanne 15 15 Besuch线 Ja Da wird nehmen Antania Nun, komm ich hätte gefühlt mir geil Schön Na schon, man Na ich kann hier zugucken was? soartig, oh ja, schwarzer Wildscher nicht der Beine hat es hm das ist schön mit der ja ich hab 60 FBS ja verpisst, ich mach das aus pisst der dritte ich bin nicht FBS, Alter, ne die sind da, wo wir waren kann man da, kann man da ja auch rein schießen ne, du hast es wieder ausgemacht ne, ja, Herr Böwe, ich FBS, weil ich es ja, scheiß PC das ist Mauer, Alter die hat grad nur noch 50 oder so, Alter ja, das ist voll okay ja kann man doch mit dem Spiel ich hab mir wieder 100 ich hab mir gar nicht reinfüßen ja, doch kann man, das ist grad kaputt gegangen das ist grad kaputt gegangen das ist grad kaputt gegangen ja, das Fenster, wo der wo der ich will trotzdem ja, hier oder so ja, das kommt halt auf hm der Keanu, ne, ist es kaputt gegangen, weißt du ich kann nicht reinfüßen ja, hier muss ich geh dann auf, ja was, gehst du auf? ja, muttersackig wir sind bei der